So, Chat, lasst uns anfangen. Äh, ja, Final Fantasy 2. Ich hab nicht mehr so viel im Kopf dazu. Ich hab's natürlich auch gespielt. Aber ich hab da nicht mehr so viel im Kopf dazu. Ich weiß nur so ein paar... Also storymäßig alles verdrängt. Ich weiß nur, es gibt einen bösen, bösen Imperator, der super böse ist und ziemlich böse ist. Aber der ist auch irgendwie, irgendwie zum Teil auch ziemlich böse. Vor allem ist er, äh, arschböse. Weil der ist ziemlich böse. Ähm, und wir spielen eine Gruppe von Leuten, die jetzt auch mittlerweile wie, äh, eine feste Story haben, feste Charakterzüge haben und so. Zwar immer noch nicht so krass viel Dialoge und so, ne? Ähm, aber schon noch ein bisschen mehr. Ich hab mir versucht auf jeden Fall schon auch so ein bisschen eine charakterbezogene Story zu erzählen, ne? Weil wir haben eine feste Truppe, die eigentlich, ne, auch feste Namen haben, wie zum Beispiel Firion. Das Girl hab ich vergessen. Und so weiter. Und, äh, ja, der Imperator ist ziemlich böse. Und die versuchen, den Imperator aufzuhalten oder so. Und es gibt in dem Teil, äh, Chocobus. Das weiß ich noch. Zum ersten Mal, äh, gab es hier die Chocobus. Und die andere Sache, die ich noch im Kopf habe, aber das ist so dieses typische, äh, Final Fantasy 2 Ding, was ja viele auch dann so immer damals kritisiert haben. Oder heute halt immer noch kritisieren und scheiße finden. Ist, dass du, äh, deine Stats levelst, indem du diese Stats quasi benutzt. Also wenn du immer drauf schlägst, dann steigt halt dein Stat, der den physischen Schaden steigert und so weiter, ne? Wenn du ganz viel Schaden abbekommst, dann steigen deine defensiven Stats. Wenn du zum Beispiel irgendwie das ganze Spiel so schaffst, durchzuspielen, dass du einen Charakter hast, der nie getroffen wird, weil er halt, ne, nie irgendwie von den Gegnern das Ziel ist oder sehr selten das Ziel ist, dann wirst du irgendwann an einem Punkt ankommen, dass dieser Charakter ab einem Punkt einfach nur One-Hit ist. Ja, ist quasi Skyrim. Bei Skyrim ist das ja auch so. Du musst, zum Beispiel bei Skyrim, wenn du immer die ganze Zeit springst, dann steigt dein Spring-Skill und so. Und hier ist das auch so ein bisschen ähnlich. Und das fanden Leute damals so ein bisschen kacke, ne? Weil du dann, ähm, stumpf teilweise grinden musst. Und du kannst nicht einfach sagen, ja, ich geh zu dir, ne? Ich laufe jetzt im Kreis, töte ein paar Monster und level ein bisschen hoch und dann bin ich jetzt stark genug. Ne, hier musst du jetzt die Gedanken machen, wie du levelst, wie du das machst und so weiter. Wenn du einen Magier hast und du willst, dass er natürlich Magier ist, dann darfst du nicht mit dem Stab drauf haben, dann musst du die ganze Zeit zaubern oder so. Wenn du willst, dass jemand eine hohe Magieresistenz hat, dann muss er die ganze Zeit Magie abbekommen. Und das Ding ist, du kannst ja schlecht die Gegner kontrollieren, dass sie genau das machen bei dir, dass sie genau deinen Teampartner angreifen, den du gerade leveln willst. Deshalb haben das damals, oder das heißt damals, machen ja immer noch Leute, leveln die Leute in Final Fantasy 2 so, dass sie in einen Kampf gehen, meistens irgendwie so gegen Low-Gegner oder so, und prügeln sich selbst kaputt. Und dann schlägt man sich die ganze Zeit selbst kaputt, weil dadurch levelt man ja auch. Und ich weiß nicht, wie das jetzt hier im Pixel-Remaster geregelt ist. Ob sie auch irgendwelche Cheats, Tricks gibt, um das so ein bisschen zu erleichtern, ein bisschen umzugehen, dass man weniger grinden muss. Ich weiß es nicht. Wir schauen es auf jeden Fall an. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Aber ich habe Bock. So. Das ist die Startgruppe. Firion, Maria, Guy und Leon. Wir haben die alle gerade schon in den Bildern gesehen. Guy ist, by the way, glaube ich, der Typ mit dem Schlüpper, ne? Ach, David Bowie angelehnt. Nicht Kiss, okay. Okay, dann. Ich wusste, das war irgendwie Musiker, Rocker oder sowas. Irgendwie sowas. Okay, dann war es David Bowie. Dann war es David Bowie, ja. Ja, Firion ist, glaube ich, so ein Allrounder. So ein Allrounder, der so ein bisschen schnell ist, ein bisschen schlagen kann, ein bisschen zaubern kann oder so, glaube ich. Maria ist die heiler Zauberin, glaube ich. Guy war so ein Hau-drauf-Typ, so tanky ein bisschen. Und Leon war, ich glaube, Dark Knight oder sowas schon. So mäßiges, oder? Irgendwie sowas halt, ne? Okay, dann verlose ich mal. Dann verlose ich mal die Namen wieder an euch. Warte, wir machen Firion als letztes. Weil Firion Main-Charakter ist, okay? Anoria, danke, Chef, für 16 Monate. Firion ist ja der Wichtigste. Junge, ich habe Nightbot falsch geschrieben. Also das ist ja mein Mod, äh, mein Mod, mein, ähm, Bot. Und mir wird korrigiert zu Nighthot. Okay. Hab gerade dein Insta-Story gesehen, wegen dem Stream, hab ich was verpasst. Ne, wir fangen jetzt erst an. So, Giveaways. Okay, es bleibt mal rein, jetzt. Egal was, schreibt irgendwas. Okay, roll it. Sibota ist unser Lion. Wir können weiter Spam. Ich mach direkt den nächsten Namen. Wir machen gleich Guy als nächstes. Red King. Einfach der Rattenkönig, Alter. Holy shit. Der Red King einfach. So, als nächstes kommt Maria. Und drei, zwei, eins. Piu. Ré les croix. Ré lü. Chores. So, und nun Firion-Chat. Der Main. Drei, zwei, eins. Dark Deppleton. Holy shit. Okay. Wer ist jetzt der Imperator, hä? Oh, es passt nicht. Ich mach dann einfach nur Dörpelton, okay? Ohne das Dark. Sonst passt es nicht. So. Das ist fein, ja, okay. Dörpelton. Äh, Relicores. Mann, wie spricht man das aus? Sagt man wirklich Relicores? Oder Re-ly-cores? Lycores? Relicores? Sibota und Red King. Also, wir haben später noch andere Charaktere. Ich weiß nicht, ob man die auch benennen konnte. Also, wir können auch, äh, an sich auch das Reh hier wegmachen. Wenn das eh nur so eine Abkürzung für was anderes ist. Und das ja eigentlich der Name der hier ist. Kannst auch das Reh weglassen, okay. Dann heißt es jetzt Lycores. 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 Und der eigene. Dankeschön für deinen Prime-Sub. Vielen Dank. Okay, lass uns anfangen, Chat. Aber keiner heißt Daniel. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Dörpelton, Lycores, Red King, Sibota. Okay. Let's go, Chat. Eine lange Ära des Friedens. Geht zu Ende. Nein! Ist das etwa der Imperator? Der super Böse ist? Monsterhorden, die der Imperator von Palmykia fallen über die Länder und Städte dieser Welt her. Die Eroberungsgrenze des Imperators hat begonnen. Das Königreichs Finn, viel jüngsten, äh, jeho. Unter ihrem König formieren sich die Soldaten des Königreichs. In der Stadt Altea zu einer Armee von Rebellen. Vier Gefährten aus Finn. Deren Eltern in der Schlacht ums Leben kamen, sind auf der Flucht. Okay, es fängt direkt an. Banger. Okay. Äh, Dark Dörpelton. Oder nur Dörpelton. Was kann er? Oh, hier gibt's mittlerweile Reihen. Man kann jetzt hier so Vorderreihe machen und Hinterreihe. Wenn man in der Vorderreihe ist, kriegt man mehr aufs Maul, aber macht auch mehr physischen Schaden. Wenn man hinten steht, kriegt man weniger aufs Maul, aber macht weniger physischen Schaden oder so. Du, 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 du War eine gute Flucht. Ein langes Abenteuer. Wird er überleben? Hilde einfach. Gab es mit den Reihen auch nicht automatisch die Hinterhalte, wo die Reihe vertauscht wird? Ja, ich glaube schon irgendwie sowas. Das war ein kurzes Spiel. Das wird er. Hoheit, ich spüre die starke Lebenskraft, die von ihm ausgeht. Er wird bald erwachen. Wir fanden ihn und seine Gefährten auf unserer Flucht aus Finn. Ihre Wunden wurden so schwer, dass ich um ihr Leben fürchtete. Er ist außer Gefahr. Dieser magische Zirkel wird seine Lebenskraft noch verstärken. Er braucht nun etwas Ruhe. Dann bin ich beruhigt. Lasst uns der Versammlung beiwohnen. Die anderen werden sicherlich schon zugegen sein. Wenn es dem Imperium gelingt, den Zerstörer in Barfuß fertigzustellen, werden sie uns angreifen. Wir können nicht tatenlos zusehen, bis es so weit ist. Den Zerstörer, okay. Scheint wohl sowas wie der Todesstern zu sein aus Star Wars. Ja, stimmt. Wir können gleich die Schrift nochmal umstellen, ja. Wir müssen handeln. Wir machen gleich die Schrift anders, ja. Heißt vergessen. Wo bin ich? Und wo sind die anderen? Sibota? Ligoris? Redking? Einfach fucking Redking. Ich bin so froh, euch zu sehen. Was ist mit Sibota? Prinzessin von Finn uns... Oh no. Redking redet auch so. Prinzessin von Finn uns geholfen. Sibota nicht bei uns. Nicht bei euch? Nun gut, aber macht euch keine Sorgen. Auch er hat es sicher geschafft. Wenger-Song. Ich sehe, ihr seid genesen. Es ist wie Min-U gesagt, sagte. Ihr müsst wirklich eine außerordentliche Lebenskraft besitzen. Haben wir euch unsere Rettung zu verdanken, Hoheit? Unser Dank sei euch gewiss. Mit Verlaub, Hoheit, erlaubt uns, eurer Armee beizutreten. Diesen Wunsch werde ich euch nicht erfüllen. Ihr seid noch jung und unerfahren im Kampf. Ich werde nicht euer Leben riskieren. Geht zurück in eure Heimat. Unsere Heimat? Unsere Heimat wurde von der imperialischen Armee völlig zerstört. Selbst unsere Eltern haben wir im Kampf verloren. Ich verstehe euren Schmerz und euren Zorn, doch es ändert nichts an meiner Entscheidung. Ich kann nicht leichtsinnig euer Leben aufs Spiel setzen. Lasst euch hier in Altea nieder, wenn ihr eurer Heimat beraubt wurdet. Unser Losungswort lautet Wildrose. Losungswort einfach. Lernen? Wildrose? Okay. Bealtet es gut, denn es wird euch das Leben vereinfachen. Die Wildrose ist das königliche Wappen von Finn. Sie ist das Zeichen unserer Hoffnung und unseres Wunsches nach einer friedlichen und prosperierenden Zukunft. Das ist irgendwie ein Cheatcode oder so. Doch ich bin um die Zukunft Finn besorgt. Ich hörte, dass die Bewohner von Finn als Gefangene des imperialen Heers Höllenqualen durchstehen müssen. Dein älterer Bruder, Sibota, gilt ebenfalls als vermisst. Nicht wahr, Lycores? Womöglich wird der Finn in Finn festgehalten. Allerdings ist die Stadt mittlerweile zu einem Hort für Monster geworden. Dem Weißmagier zu meiner Rechten habt ihr es übrigens zu verdanken, dass ihr so schnell wieder genesen seid. Sein Name ist Min-U. Wird euch ebenfalls Auskunft geben. Oh, dem kann man keinen Namen geben. Ich dachte, dem kann man später dann auch Namen geben. Prüfen. Wildrose. Immer Wildrose. Okay. Ja, 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 ja. Jason, guten Morgen. Ich sehe klar und deutlich, wie sich unsere Schicksalswege kreuzen. Geht nach Finn. Dies wird der erste Schritt sein, um eure Bestimmung zu erfüllen. Äh, Wildrose. Haha, mir gegenüber müsst ihr euch nicht zu erkennen geben. Doch wenn ihr auf diese Weise das Losungswort aussprecht, werden euch die Leute mit Information versorgen können. Und noch etwas, bevor ihr nach Finn aufbrecht. Die Gebetsstätten der Dörfer und Städte sind heilige Orte, an denen die Macht des Todes gebannt werden kann. Sollte einer von euch im Kampf fallen, sucht solche Gebetsstätte auf. Okay. Okay, wir haben schon mal direkt eine neue Mechanik-Chat. Wir können wohl solche Wörter sammeln oder so. So Passwort-Code-Wörter. Und dann mit bestimmten Leuten diese Wörter benutzen und dadurch irgendwie Informationen oder sonst was bekommen. Das ist schon mal neu. Ja, es scheint, wie es aussieht, ist Lycores und Sibota verwandt. Maria und Leon halt, ne? Ich wollte kurz beide über Musik. So ein schöner Song. So, wir haben wieder die andere Schrift. So, ähm... Nein! Wieder Musik. Okay, ähm... Wir haben wieder, ähm... Die Boosts. Oh, hier ist jetzt was anderes. Oh, lol. Ja, wir machen wieder Gil Hörner. Waffenstufenerhöhung. Hier. Lege fest, in welchem Tempo sich die Stufen von Waffen in Schilden entwickeln sollen. Lege fest, in welchem Tempo sich die Stufen von Magie entwickeln sollen. Lege fest, in welchem Tempo sich Attribute entwickeln sollen. LP-Ausgleich. Lege fest, ob die maximalen LP nach einer bestimmten Zahl gewonnener Kämpfe steigen sollen. Oh! Die haben das jetzt... Wow, okay, cool. Also, im OG-Game musstest du halt deine LP... Musstest du deine LP leveln. Also, das sind Lebenspunkte. Die musst du leveln, indem du viel Schaden bekommst. Und die haben dir das jetzt ausgemacht, quasi. Und du kriegst einfach generell immer Boost, wenn du halt auflevelst. Das ist cool. Geld wieder auf 4 und den Rest auf 2. Nee, den Rest hatte ich doch immer auf 1 gehabt. Ich hab nur beim Grinden höher gestellt. Ich hab... Ich mein, wir können auf 2 machen oder so, weil... Keine Ahnung. Bei 1 hab ich ja nur anfangs irgendwie die ersten irgendwie 7, 8 Level oder so hochgeballert und danach wieder auf 1 gestellt. Nur Geld war die ganze Zeit oben. Ja, ja, Geld hatte ich irgendwann ab einem Punkt direkt auf 4, weil ich hab festgestellt, dass alles überteuert ist. Überteuert. Im Osten liegt die Hafenstadt Palum. Doch um dorthin zu gelangen, muss man mit einem Kanu einen großen See überqueren. Das ist auch immer so ein wiederkehrendes Element in meinen Final Fantasy-Teilen, dass du immer irgendwelche Fahrzeuge, Chocobos, irgendwas immer bekommen musst, um weiter auf der Oberworld-Map zu kommen. Oh, da ist tiefes Wasser. Du kommst nicht durch tiefes Wasser. Oh, da ist nur seichtes Wasser. Da kommst du auch nicht weiter. Oh, da ist ein Fluss. Da kommst du nicht weiter. Oh, Berge. Da kommst du nicht drüber. Nach Finn wollt ihr? Davon möchte ich euch abraten. In der Stadt wimmelt es nur so von Soldaten des Imperators und ihren domestizierenden Monstern. Nördlich von hier liegt Gadea, ein kleines Dorf. Ich wäre schon erstaunt, wenn ihr es bis dorthin schafft. Außerdem solltet ihr nochmals den Raum mit dem magischen Zirkel aufsuchen. Einige Freunde von mir werden euch Grünschnäbel in die Geheimnisse eines Abenteuers einweisen. Ja, Tutorial-Shit. Hey, Jules. Erst Chocobo, dann Schiff, dann Flugzeug, also meistens. Ja, hier gab es, wie gesagt, hier gab es ein Floß, hier gab es Chocobos, hier gab es ein richtiges Schiff und dann halt Flugschiff. Ich glaube, hier gab es auch Schneeschuhe. War es der Teil mit den Schneeschuhen? Ich glaube, das war der Teil mit den Schneeschuhen. Ein Pfeil traf mich in meiner letzten Schlacht in mein Gesäß. Ich fürchte, auch ein König kann dem Alter nicht entfliehen. Hilde hat meinen Platz eingenommen, fragt sie. Junge, er hat einfach sein Amt beendet, weil er einen fucking Pfeil im Arsch hat. Ich gebe mein Amt auf. Ich kann nicht mehr auf dem Thron sitzen mit meinem dicken Arsch. Warte, ich mache mal hier Dinge jetzt an, dass ich immer sprinte. Und hier, genau, hier sieht man jetzt, die Bilder sind jetzt so links und rechts verteilt. Das ist auch die Reihe im Kampf. Lycoris steht jetzt hinten immer und die anderen stehen weiter vorne. Warte, kurz mal die Stats angucken, was deren so, was die so ausmacht. Ja, Ethereum ist halt der komplett ausgeglichene. Also, Durpleton ist der komplett ausgeglichene. Lycoris ist halt Wille, Intelligenz, ja, Agilität, also Magierin. Und der Boy ist halt super langsam, super dumm, aber super stark. Bei meiner letzten Schlacht wurde ich von einem schwarzen Speer durchbohrt. Ich habe 500 Damage bekommen. Halt wirklich. Was holt der rum? Hier sind Tutorials. Nichts passiert. Hier sind Tutorials. Dumm, aber stark. Das sind meistens die Charaktere, die ich in Spielen spiele. Immer irgendjemand mit einer riesigen Axt oder so oder mit einem Hammer. Ihr seid in der Stadt Altair, dem Hauptquartier der Rebellen. Schön mit dem dicken Gerät rein. Prinz Gordon aus dem Königreich Kaschujon soll sich hier in Altair aufhalten. Man sagt, er sei sehr niedergeschlagen. Ja, alle sind niedergeschlagen. Der Imperator greift die ganze Welt an. Als die imperiale Armeen Finn einmarschierte, floh Prinzessin Hilda hierher nach Altair. Stellvertretend für den verletzten König ist die momentan die oberste Befehlshaberin. Okay. Ja, unser Ziel ist es dann auf jeden Fall irgendwie irgendwo nach Finn zu kommen. Die Stadt, die gerade besetzt ist. von den imperialistischen Soldaten und wollen dort Sibota befreien. Ich bin der tolle Paul. Der größte Dieb aller Zeiten. Es gibt nichts, was ich nicht klauen kann. Neulich erst habe ich die Schatzkammer des Imperators ausgeraumt. Sachte, sachte. Von der Rebellen klaue ich natürlich nicht. Das sind meine Freunde, Mann. Wisst ihr, ich habe früher auch in Finn gelebt. Dies ist die Stadt Altair. Noch sind die imperialen Streitkräfte nicht bis hierher vorgedrungen. Doch das ist nur eine Frage der Zeit. Okay, also es ploppt nicht bei allen auf. Es gibt NPCs, bei denen ist das wohl wichtig. Und dann wieder welche, bei denen gibt es wahrscheinlich nichts zu holen. Also bei denen, wo das aufploppt, bei denen muss man wohl bestimmte Wörter machen, damit man irgendwas rausbekommt. Oder extra Dialoge hat vielleicht. So, hier sind die Shops. Wir haben 400 Gil. Wir können schon ein bisschen gleich was einkaufen. Kreuz, Halt, Fluch. Kuriert, Amnesie. Okay. Phönix, Feder, Eta, Hütte. Okay, okay, okay. Hey, Best of Game. FF2 fand ich komisch. Bin jetzt bei FF3. Ist es geskippt, oder was? Mein Name ist Gordon. Einst war ich Prinz des Königreichs Kaschujan. Doch heute bin ich nur ein Versager, ein Heuchler. Als ich mein älterer Bruder Scott im Kampf fiel, bekam ich es mit der Angst zu tun und nahm Reis aus. Reis aus. Ich habe mein Vaterland verraten. Der arme Scotty. Ihr habt euch also freiwillig zur Armee gemeldet? Ich fürchte, dass Hilder für einen Versager wie mich keine Verwendung hat. Deswegen stehe ich hier unschlüssig herum. Oh, er ist ja wirklich komplett niedergeschlagen. Der Arme. Rundschild, Lederhut, Wams, Lederhandschuhe. Ich kaufe mal für alle Handschuhe und für jeden einen Hut. Denn der Hut steht mir gut, Digga. Rundschild. Ich will nicht zu viel kaufen, damit ich halt noch mir vielleicht Potions oder so kaufen kann, weil ich habe ja gar keine Heilung gerade am Start. vielleicht ein paar Potions kaufen. Ich dachte eigentlich, dass am Anfang der Minu kommt. So als anfangs als Hilfe. Aber irgendwie kommt er nicht mit. hat der FF zweimal für so zwei Stunden gespielt, habe einen der Chars Magie beigebracht, habe er damit keinen Gegner getroffen, hat mich so genervt, dass ich nichts weiter gespielt habe. Dabei habe ich safe nur was falsch verstanden. Okay. Lass deinem alten Mann seinen Frieden. Das mit dem Armeelen alten Mann ist nur Kamouflage. Ich bin der beste Schmied der Rebellen. Das ist okay. Messer, Stab, Jagd, Speer, Breitschwert. Breitschwert? Ich sage immer, immer wenn Breitschwert kommt, kommt in mein Gehirn direkt Blaukraut, bleibt Blaukraut und Brautkleid, bleibt Brautkleid. Nur drei Chars, aber ja erstmal. Also ich meine, anfangs kommt dann halt immer Min-U mit, der Heiler hier aus der Stadt. Müsste eigentlich sehr früh mitkommen und dann später, wenn wir Sibota befreien, dann kommt Sibota halt mit als Vierter. Turbul findet ihr bei einem Waffenhändler. Er ist ein toller Schmied, auch wenn er zur Zeit etwas mürrisch ist. Apropos Charaktere, ich glaube, ich habe mich an etwas erinnert. Chat, nicht spoilern. Ich habe mich an etwas erinnert. was später cool sein wird. Oh, hier war ich da gerade. Herzlich willkommen! So. Kann ich schon Vita kaufen? Lehrt den Zauberspruch Vita, der LP halt. Die können das alle, die sind alle am Tanzen, also können die ihn alle lernen. der Schwarzmagier von FF1. Ja, das ist generell immer so ein typisches Schwarzmagier-Design von Final Fantasy. Viele sehen ihn auch als Vivi an. Vor allem in Final Fantasy 9 gibt es einen Magier, der so im Fokus steht, der einer der Hauptprotagonisten ist, und der heißt Vivi. Und, ähm, Final Fantasy 9 ist halt so eine, so ein bisschen, so eine Retrofahrt. Die wollten mit Final Fantasy 9 so ein bisschen, ähm, ne, wieder so ein bisschen die alten Zeiten aufleben lassen. Deshalb haben die dort auch den Schwarzmagier genau dieselben Klamotten gemacht. Und für viele ist das halt immer Vivi. Vor allem, weil man ihn auch durch, ja genau, durch Kingdom Hearts kennt, den Vivi. Ja. Ähm, so, Magie. Benutzen vergessen Items Vita Grimoire. Okay, so, jetzt, so haben wir gelernt. Okay, jetzt hat sie Vita. Okay. Es ist für mich Gigi aus FFXIV. Du bist doch auch in einem Final Fantasy 9 Stand. Wieso siehst du für dich, ähm, Vivi erst Gigi an? Okay, hier können wir wiederbeleben. So, let's go. Ich denke mal, wir sind halbwegs vorbereitet. Moment, ich habe noch ein paar Moneten. Moneten? Die gebe ich mal kurz für Potions aus. Wo sind sie? Zwei Potions kaufen wir noch. So. So. Okay. Speichern. Okay. Die Reise beginnt, Chat. Okay. Einfach Ghibli-Musik, Leute. Einfach Ghibli. Ja, Luftschiff. Ausfall von C1. Jungs, ist das eine geile Version. Oh, ne mich. Wir werden dich befreien, Cibota. Die alten Teile hatten halt viel zu gute Tracks. Ja, auch heute. Immer noch. FF16, der aktuelle Teil. Der hat auch so viele Banger. Ja, okay. Stark. Stark. Leute, Game Over direkt im ersten Kampf. Okay. Junge, die ersten Gegner können schon Gift. Ach, die hat Pfeil und Bogen. Ja, ich hole gleich Lycoris, hole ich gleich direkt in Schwarzmagie. Dann wird gebankt. Oh, der Block. Der Block. Red King ist echt scheiße, oder? Ja, äh, hier. Da steht jetzt sogar dabei alles, was steigt, ne? Dörpelton, Schwert ist eine Stufe aufgestiegen, Dörpelton ist Schild aufgestiegen, Bogen aufgestiegen, Achse ist aufgestiegen. Das war auch so ein bisschen, ähm, das war auch so geil bei Dingens, ne? Also was heißt mehr oder weniger geil, aber Grandier 1 hatte ich auch sowas. Dass du dort, ähm, jede Waffe leveln konntest. Okay, Gift bleibt aber nicht. Dass du dort jede Waffe leveln konntest. Und kommt auf die, äh, Stufe deiner Waffen an, dass du dann auch bestimmte Spezial, Spezialfähigkeiten lernst und so. Achso, das ist kein Schnellspeichern. Apropos Schwarzmagie, kann es sein, dass Taumaturk in FF14 anfangs auch nicht so stark ist, oder mache ich irgendwas falsch? Habe das Gefühl, mache echt wenig Damage. Äh, die sind eigentlich alle, die Klassen sind eigentlich alle recht ausgeglichen. Von einem Damage her. Kannst eigentlich mit jeder Klasse ziemlich easy die Story durchspielen. Und die anderen Klassen können anfangs auch nichts, äh, nicht wirklich viel machen und so. Das kommt dann später immer mehr und mehr an Skills und mehr Kombos und so. Außer Weißmagier. Der macht nur Steine. Ja, spätestens bei Teil 5, äh, steige ich mit ein. Habe das Spiel damals nicht mehr durchgespielt und hätte schon Bock. Ja, 5 ist so cool. Ich hatte bei 5 so viel Spaß. Weil 5 kannst du halt so nice grinden. Kein Gift. Kein Gift. Teil 5 ist mein Favorit der alten Serie. Ja, 5 war halt geil wegen den ganzen Klassen. Ähm. Die haben halt das Klassensystem aus 3 genommen. Und dann halt, äh, es noch erweitert. Dass du die ganzen Klassen miteinander kombinieren konntest und das war ziemlich cool. Äh, und 6 ist dann halt der Teil, der für Story bekannt und geliebt wird. Von den alten Teilen. Ich meine, mittlerweile sind alles alte Teile. Auch 7 ist mittlerweile alt. Also, ja. Aber ja, halt diese Pixel Games. Ist das Galdea? Ja, Galdea. Oha, 51 Jahre einfach schon. Riki, Dankeschön. Dies ist das Dorf Galdea. Die Stadt hinter dem See ist Finn. Ja, ist wieder Tier 3. Wolltest du nicht runter von Tier 3? Dankeschön. Hab gestern Teil 6 durchgespielt und es geliebt. Ja, Teil 6 ist echt sehr nice. Hey, Raymona. Generell sind die alle sehr nice. Ich bin auch gespannt auf den 4. Ich hab den 4. auf dem DS gespielt. Also, es ist ja quasi ein Remake. Das Schloss von Finn wird von den imperialen Streitkräften besetzt gehalten. Auch die Stadt ist voll von Soldaten und ihren Monstern. Und die haben im Remake das Kampfsystem komisch gemacht. Mit Konterattacken. Das war irgendwie ganz weird. Und ich glaub, im OG war das nicht so. Deshalb bin ich mal gespannt, wie das wird. Am Stadtrand von Finn gibt es eine kleine Spelunke. Der Wirt ist nicht rechtzeitig geflohen und muss jetzt die Laune der Soldaten ertragen. Spelunke einfach. Bis nach Gadea-Olteratär ist die imperiale Armee noch nicht vorgestoßen. Aber wenn der Zerstörer fertig gebaut ist, dann ist es vorbei. Warte, gehen wir mal Waffen kaufen. So. Ich weiß nicht. Er könnte zum Beispiel auch den Jagdspeer benutzen. Zum Beispiel jetzt unser Dörpelton. Aber ich weiß nicht, ob das so smart ist, ihm jetzt die ganze Zeit verschiedene Waffen zu geben. Wenn er eh schon die ganze Zeit Schwert levelt, dann bleiben wir, denke ich mal, bei Schwert. Vielleicht, ich weiß halt nicht, wie das dann hinaus, auf was es hinauslaufen wird. Aber ich denke mal, bei jedem Charakter irgendwie eine Waffe als Fokus zu nehmen, die er spezialisiert, ist, denke ich mal, smart. Oder? So, kann ich jetzt Rundschilder noch kaufen? Weil es wird ja wahrscheinlich so wie in den meisten Final Fantasys auch dann am Ende von jedem Waffentyp irgendwie so eine besondere Waffe geben. Sowas wie die Super-Axt, das Gigaschwert, der ultimative Ultrabogen oder so. Und dann haben wir halt alle verteilt. Ach, wenn die Schild benutzen, kann sie keinen Bogen mehr benutzen. Schild-only-Run-Chat? Oh, das denkt aber ausweichen und Magiestörung steigt. Was ist denn Magiestörung, Digga? Wahrscheinlich, wenn sie cast und sie wird angegriffen, dann wird der Cast unterbrochen, I guess? Und je höher die Magiestörung, desto eher wird sie gestört. Wann kommt denn Schild-only-Run in Dark Souls 1 bis 3 plus Elden Ring? Äh, vor dem Elden Ring DLC, machen wir einen Marathon. Alle Spiele nur mit Schild durchspielen. Vielleicht trifft sie weniger, würde mein Problem von vorhin erklären. Äh, das Ding ist, mit Magie kann, kann ich mir gut vorstellen, dass, wenn du ja, in einem Spiel musst du ja auch Magie leveln. Also jeden, jeden Spell einzeln lernen. Wenn du jetzt zum Beispiel ihr Feuer beibringst. Wow, die nehmen ja gar kein Damage. Wow. 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 Was ist, okay, ich glaube, über die Brücke sollten wir nicht laufen. Ich glaube, auf der anderen Seite der Brücke ist es sehr gefährlich. Äh, ich glaube, da will mir das Spiel kurz sagen, ähm, hier solltest du vielleicht später kommen. Ähm, dass, wenn du zum Beispiel jetzt, äh, Feuer lernst und dann zu Gegnern gehst, die schon irgendwie Level 20 sind, dass dann vielleicht Feuer kaum treffen wird, weil sie schon eine höhere, höhere Resistenz oder Verteidigung haben. Äh, und du dann die ganze Zeit daneben schießen wirst, dass du dann vielleicht anfangs dann zu kleinen, schwächeren Gegnern laufen musst und da vielleicht draufhauen musst. Ja, die Zonen sind auf jeden Fall sehr gut abgegrenzt. Ja, die Zonen sind auf jeden Fall sehr gut abgegrenzt. Bei Galdea noch rechts runter. Aber wenn ich schon mal hier bin, ich hole mal kurz Magie. Magiestörung war eine Reduktion von Schaden. Sprich, je höher die Störung, desto geringer ist der Schaden mit Magie. Aber die Magiestörung bei der Rüstung ging gerade hoch und war als rot markiert. Und rot bedeutet ja schlecht. Deshalb dachte ich mir, dass es was Schlechtes ist. Hier. Äh, da, wams. Abwehr sinkt, ist ja auch roter Pfeil und so. Und Magiestörung sinkt und ausweichend steigt. Das heißt, je höher der Wert, desto beschissener. Äh, so, Magie wollte ich holen. So, Feuer. Blitz Eis. Ja, wir holen alle, ne? Amin, wir können theoretisch auch nochmal wiederholen. Ähm, Dörpelton ist ja recht ausgeglichen. Der kann auch was damit anfangen, denke ich. Dann andersrum, also je höher die Magiestörung, desto mehr Magie Schaden bekommst. So, wir gehen gleich mal nach Osten. Einfach ein Goblin. Seit wann schläft eigentlich meine Katze in meinem Raum? Ich habe die Tür seit heute früh zu gehabt. Eingebrochen. Ein Breaker. Äh, ja, gibt es die Leere. Ich habe auch schon Geld hochgestellt. Moment, ich komme doch nicht nach unten. Auf der Map sah das so aus. Ne, da ist ja ein Berg im Weg, stimmt. Ja, dann sieht es so aus, als müsste ich hier wirklich erstmal grinden, ne? Äh, ja, ich kann auch wechseln. Damit man das Levelsystem versteht. Genau. Aber der Wechsel ist halt insane. Die Gegner hier sind ja ultra-sweak, ultra-schwach. Und dann auf der anderen Seite der Brücke einfach gigantrös stark. Sweak, es beginnt wieder. Ja, wir können jetzt beim Grinden, mach ich mal kurz alle Boosts hoch, damit wir schneller die Story weiterspielen können. Oh ne, Vivi. Boah, boah, wie viele Feile da gerade rausgeschossen kamen, holy shit. Der Grind-Arc beginnt. Ja, ich mein, bei Final Fantasy 1 letzte Woche mussten wir auch am Anfang kurz alle Boosts hochballern und kurz grinden. Da war der Anfang auch ziemlich crazy. Und danach ging's eigentlich, ne, voll easy, klar. Nur der Anfang war auch so extrem. Dann hab ich kurz geboostet und dann muss ich den Rest des Spiels gar nicht mehr grinden. Ich muss eigentlich ihre Magie benutzen, damit sie levelt, ne? Ich darf das nicht vergessen. Okay, geflohen, Arschloch. So, Magie hier. Eis. Stufe 1. Boom. Ja, nur der Erdenpass war dann hart. Aber ging auch klar. Und auch Vita-Level. Zack. Schon Stufe 2 Vita. Ich glaub, du bist grad nur etwas zu weit gelaufen. Ich bin doch nur über die Brücke drüber und dann hab ich's direkt aufs Maul bekommen. Ich bin 2 Meter hinter der Brücke gewesen oder so. Ich hab wieder nicht gezaubert. Ich bin dumm. Ich muss mal kurz testen, ob's hier schon, ähm, Gruppenangriffe gab für Zaubern. Oder ob das wie bei FF1 war. Man muss das erstmal lernen. Magie. Die Eis. Okay, hier kann man schon direkt alle angreifen. Okay. Stark. Aber ja, der Damage teilt sich dann auf, ne? Ist ja noch einiges schwächer. Wie ist das zweite Teil soweit? Geil. Geil. Muss sagen. Jetzt schon kein Bock mehr auf Minecraft. Nein, aber wir machen, wir machen auf jeden Fall Minecraft. Aber ich bin jetzt voll drin. Am liebsten würde ich jetzt einfach 24-7 durchballern. 51. So, ich mach noch bei ihr Blitz auf Stufe 2 und dann gehen wir schlafen und dann ziehen wir wieder los über die Brücke und versuchen es nochmal. Oh, sie hat kein Mana mehr. Na egal. Dann gehen wir schlafen. Kein Mana. Ich habe kein Mana mehr. Mein Mana reicht nicht aus für diesen Zauberspruch. Kein Mana. Gebieter, ich brauche mehr Mana. Nicht genug Zorn. So, schlafi, schlafi. Ja, let's go. Lass ein Final Fantasy Sabaton machen. Wenn ihr mir jetzt 100 Subs raushaut, dann spiele ich heute kein Minecraft. Nein. So. Ähm. Okay. Dann lass mal über die Brücke laufen. Checken wir mal ab. Okay, es sind noch dieselben Gegner. Wie vorhin. Ein Hinterhalt. Ein sogenannter. Ihr Schweine. So, jetzt mit Magie Blitz ein bisschen leveln. Alle tot. Speichern. Ne, warte. Ich sollte nicht speichern, sonst komme ich nicht mehr zurück. Ne, ich kann ja random Encounter ausmachen. Ähm. Kann man schon auf der Karte sehen, wo es theoretisch was gibt? Also Finn ist, denke ich mal, ja hier. Das ist, denke ich mal, Finn. Da ist die Bota. Ich könnte jetzt aber noch nach Süden gehen. Wo bin ich? Bin ich nach Süden oder bin ich nach Norden gelaufen, wo so super starke Gegner kamen? Okay, ich muss, glaube ich, nach Norden. Ich darf, glaube ich, nicht nach Süden laufen. Holy shit. Ich muss, glaube ich, nach Norden laufen. Ja, okay. Das war das Problem. Nicht die Brücke an sich, sondern der Weg nach Süden war das Problem. Hör auf, geht's nach Finn, ne? Juhu. Alle sind da. Alle Gegner von der ganzen Map sind da. Schade. Alter, die Schilder sind OP. Ah, ich muss die Boost ausmachen. Sonst bin ich gleich zu overpowered. Eine meiner Freunde ist Finn und es ist so verwirrend, teilweise jetzt Finn im Kontext der Stadt. zu hören. Finn, 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 Finn. Waffenstufe bleibt unverändert? Ne, die levelt er ja auch mit. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Status. Hier. Aber ja, die levelt gerade, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Vielleicht sind die Gegner mittlerweile zu schwach. Wahrscheinlich sind die Gegner mittlerweile zu schwach. Oder ist es vielleicht irgendwie Story gebunden. Und dann kann's... Was habe ich nicht eingestellt? Das geht nicht mehr höher als drei. Begriffe. Wildrose. Achso. Waffenstufe ist noch auf vier? True. Ich hab's übersehen. Das meintest du. Okay. Okay, Leute. Let's go. Rein. Wir müssen sie Bota retten. Lycoris, Bruder. Und sie ist vergiftet. Ich hab kein Gegengift dabei. Wir können eigentlich schon wieder zurücklaufen, Leute. Sie wird halt drinnen verrecken. Oder ist das nur was Kurzes? Wir gucken mal kurz rein. Aber ich glaube, hier ist jetzt der erste Dungeon, oder? Okay, ich komm hier gar nicht rein. Das ist gar nicht Finn. Oder was ist das? Doch, Schloss Finn. Warte, ich kann in die Stadt. Ich muss wahrscheinlich erst in die Stadt. Wir müssen in der Stadt irgendwie einbrechen. Hier wimmelt es tatsächlich nur so von Soldaten. Wir sollten ihnen nicht zu nahe kommen. Was, wenn ich zu nahe komme? Hier sind auch Schlangen, okay. Ja, die domestizierten Dinger. Ah, okay. Man wird außer Kampf wieder geheilt. Hier bleibt Gift nicht mehr permanent. Hier endet Gift direkt nach dem Kampf. Nicht so wie bei FF1. Angenehm. Waffenstufe hat einen Cap, der von der Gegnerstufe abhängt. Ja, hab ich mir schon fast gedacht. Also das heißt, ich kann hier nicht mehr großartig meine Waffen leveln. Ich probiere mal. Ich rede mal mit ihm. Nee, das sind wahrscheinlich die schwarzen Ritter, ne? Wenn ich die anspreche, dann kommt wieder dieses Schwarzritter. Und die sind ultra stark, ne? Rebellen! Nee. Ist ein Herrführer. Wen hat er denn hergeführt? 50. Null. Null. Ja, ei! Okay, die sind ultra stark. Ich sollte den wirklich aus dem Weg gehen. Wer schießt mit einem Pfeil? Jo, 517. Das ist schon jetzt der dritte oder vierte Game Over? Okay. Kommt auf das Gift an. Es gibt verschiedene Gift Sorten. Also wie bei Dark Souls Gift und Toxin. Warum bist du so? Hier können wir rein? Ein Hinterhold. Ein Hinterhold. Aber die Magie geht nicht höher? Als Dingens? Bei Stufe 2? Ist bei Magie schon ab 2 Cap? Magic. Nee, er steigt immer noch. Okay. Ich meine, wir müssen irgendwo hier einen Secret finden. Einen Secret Weg in die Burg. Geheimen Tunnel und so. Vor allem in diesem, in dem Sprite, in dem Sprite von, ähm, von Red King sieht das so aus, als hätte er eine lila Hose an, ne? Aber eigentlich, trägt er nur einen Schlüppi. Okay. Die Encounter-Rate ist aber auch hoch hier. Ja, das ist okay. Aber ich kann sie theoretisch auch ausmachen, ja. Okay. Okay, hier auch nicht. Ich meine, ich bin jetzt schon recht, recht stark. Wir können es theoretisch aus meiner Stadt hier ausmachen. So. Wie komme ich jetzt, komme ich hier so rum? Hier. Die Spelunke-Chat. Hey, hey, hey. Nur der Wirt darf hier einen Tresen. Lädt euch euer Imperator gar keine manieren. Okay, und jetzt, Chat. Wildrose. Hier ist es jetzt wichtig. Er ist nämlich auch ein Rebell. Oh, ihr gehört zu den Rebellen? Sag das doch gleich. Hinter der Wand existiert ein schmaler Geheimgang. Im hinteren Raum liegt einer der euren. Er ist schlimm verwundet. Was ich jetzt mache? Ich habe die Schnauze voll. Ihr übernehmt den Schuppen hier und ich verdufte. Äh, nee? Entschuldigung? Ihr wollt mich an den Imperator verkaufen? Seid gnädig und tötet mich vorher. Das ist nicht Sibota. Der hatte doch schwarze Haare, Sibota, ne? Das bin ich nicht. Ihr gehört zu den Rebellen? Verzeiht mein schroffes Verhalten. Ich bin Skorti. Prinz von... Ach, das ist der. Unser Boy, der G, ähm, der traurige Prinz, hat ja seinen Bruder verloren. Ihr seid der Prinz Skotty? Man erzählt uns, ihr werdet im Kampf gefallen. Ihr lebt halt so. Ja, aber meine Zeit ist bald gekommen. Ich habe eine letzte Bitte. Richtet meinem Bruder Gordon aus, dass er an seine Stärke glauben soll. Er soll sich keine Vorwürfe machen. Und berichtet dem König von Finn, dass der Verrat des Grafenborgen Finn zu Fall gebracht hat. Der Graf ist mittlerweile General der imperialen Streitkräfte. Und Hilda, dass ich sie für immer liebe. Nein, wartet! Vergesst das eben Gesagte. Die Liebeserklärung eines Sterbenden wird sie nicht glücklich machen. Prinz Gott, wir suchen meinen Bruder Sibota. Ich muss dich enttäuschen, der Name sagt mir nichts. Hier, nehmt diesen Ring. Er wird euch nützlich sein. Das lange Reden hat mich müde gemacht. Lass mich ein wenig ausruhen. Oh, nein. Er spawnt weg. Die Musik danach. Scotty is dead! Potion, Potion, Potion. Okay, was ist der Ring? Ein Erinnerungsstück an Scotty. Angeblich weiß jemand in Gadea, wie man den Ring benutzen kann. Okay. Ich hab ihn nicht beklaut. Das hat er mir geschenkt. Man benutzt den Ringer, indem man ihn auf den Finger steckt. Das ist smart. Das ist smart. So. Wer weiß hier Bescheid. Das ist das Dorf. Blablababada. Du? Ne, der wiederholt sich. Ne. Der redet über die Spelunke. Nope. Das ist die Kirche, ne? Ja. Äh, da war noch ein Laden, wo ich nicht drin war? Ist das so? Hier gibt's ja nur Waffen. Höhe? Ach, du meinst, ich soll, weil der Wirt gesagt hat, ich soll mich um den Laden kümmern. Ja. Scheiß drauf. Das sind doch nur die... Die imperialistischen Soldaten. Die können... Die können Dreck fressen. Dreck fressen können sie. So. Ja, lieber alle vergiften. Ich hätte eigentlich... Bevor ich gehe, hätte ich das ganze Bier vergiften sollen. Ja, das sind nur Shops. Die sagen mir doch gar nichts über den Ring. Moment, habe ich beim Shop noch die Auswahl zu reden? Nee. Nur kaufen, verkaufen, ausrüsten und verlassen. Ja, ansonsten gehe ich halt in die Anfangsstadt. Aber er meinte in Gad... Also in der Beschreibung steht ja, dass in Gadäa jemand Bescheid weiß. Bezüglich dem Ring. Ja, gehen wir noch anfangen. Da haben wir auf jeden Fall die Königin Hilda, äh, die Prinzessin Hilda und Gordon. Die können uns auf jeden Fall irgendwas erzählen. Hier ist Gordon. Mein Name ist Gordon. Einst war ich der Prinz des Königreichs Kaschujan. Doch heute bin ich ein Versager, ein Heuchler. Ja, ja, ja. So. Wertvolles Ring. Der Ring meines Bruders. Ich verstehe. Das waren seine letzten Worte. Okay. Mehr sagt er nicht. Äh, und dann gehen wir nochmal... Moment, wo ist denn hier? The Burg. Hier war das, ne? Das ist keine richtige Burg. Das ist ein Mansion. Nee. Hä? Das große Gebäude? Vielleicht? Gordon heißt aber nicht Ramsey mit Nachnamen, oder? Ich... Nee, ich glaube nicht. Gordon Rosin. Äh, so. Scotts Ring... Er lebt? Nein, leider nicht. Seine Kräfte verließen ihn, als er uns den Ring übergab. Ich verstehe. Hat er noch etwas gesagt? Nein, nichts. Presse ist ein Hilda. Nehmt den Ring in euer Obhut. Nein, Prinz Scott hat ihn euch vermacht. Er soll euch gehören. Jetzt kommt, glaube ich, Mino mit. Ich muss zugeben, dass ich mich in euch getäuscht habe. Immerhin habt ihr Finn infiltriert und seid wohlbehaben wieder zurückgekehrt. Äh, sagt... Wohlbehaben vor allem. Wohlbehalten. Sagt, seid ihr immer noch bereit, eure Fähigkeiten in meine Dienste zu stellen? Wir benötigen jeden, der kämpfen kann, um das legendäre Metall Metril zu finden. Das können wir jetzt lernen. Und wir sprechen sie darauf an. In der Schlacht um Finn waren unsere Soldaten den imperialen Truppen Waffen- und rüstungstechnisch weit unterlegen. Deren Waffen sind aus Metril geschmiedet. Ich beauftragte Josef aus Salamand, Nachforschungen anzustellen. Doch seit längerem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Geht nach Salamand und findet heraus, was passiert ist. Mino wird euch begleiten. Okay. Ich habe die Unterredung verfolgt. Auf diesen Zeitpunkt habe ich gewartet. Um nach Salamand zu gelangen, müssen wir zur Hafenstadt Palum. Benutzt mein Kanu. So, jetzt haben wir einen vierten. Und ich glaube, der war auch ein Heiler. Der ist ja ein White Mage. Hat ja schon vorhin gesagt. Yo, tschüss Nusskatze. Nasskatze einfach. So. Was kann der? Stats. Der hat 48 Wille. Holy shit. Wieso hat er so viel Wille? 40 Magie hat er. Der ist ja komplett OP. Der ist ja komplett busted. Yo. Der hat einfach Stufe 7 Vita. Ja. Ja, der wird uns jetzt carryen erstmal, ne? Didi 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 didi. Der kann die Welt retten, ja. Der macht jetzt alles alleine. So, wir haben jetzt ein Kanu. Damit können wir jetzt über Flüsse drüber. Zwar jetzt nicht so ins tiefe Wasser. Aber hier zum Beispiel. Bububu. Kurzes Kanu. Und damit soll ich jetzt nach Palum. Wo könnte denn Palum sein? Oh, vielleicht kann man auch hier durch den See. Vielleicht kann man hier auch durch den See. Oder ist das auch zu tief? Ne, durch den See kann man. Okay. Da ist schon ein Schiff. Das ist Palum, ja. Ihr wollt nach Poft? Nö. Palum und Poft sind von den Angriffen des Imperators bisher verschont geblieben. So ein Overworld-Banger-Song halt wirklich. Auch die Stadtmusik. Äh, ja. Zukunfts-Kämpfe wieder. Okay. So, was haben wir hier? Ich kaufe mal hier so ein paar Gegengifte. Wobei, die sind nicht ganz so wichtig, ne? Wenn ein Gift eh nur für den Kampf hält. Aber trotzdem. Machen wir mal. Machen wir mal. Wenn wir irgendwie auf einen Boss treffen oder so. Der mich blind machen kann und vergiften kann. Oder so. Mh, Jungfern-Kuss 500. Mit dem Schiff kommt ihr nach Poft. Stimmt. Ähm. Unser Mino hat ja Medica. Wir brauchen eigentlich gar nichts mehr, ne? Der hat Medica. Der hat Engel. Ich habe gerade überlegt, Föhlingsfedern zu kaufen. Aber mit Medica halt alle Statuseffekte. Und Engel belebt wieder. Also, ja. Ich brauche eigentlich gar keine Items mehr. Ich habe durchgespielt. Die Städte Barfußk und Salmand werden anscheinend von den imperialen Truppen besetzt gehalten. Scheiße. Und da müssen wir genau hin, ey. Dies ist die Stadt der Freiheit. Palum. Lasst euch, äh, doch auch hier nieder. Magie? Was Neues für, äh, Lykoros? Blink. Leert den Zauberspruch Blink, der einen Doppelgänger erscheinen lässt und die Ausweichquote steigert. Joa, wieso nicht, ne? Protus. Leert den Zauberspruch Schutz, der einen magischen Schutzschild erzeugt und Magieabwehr steigt. Joa, wieso nicht, ne? Ich meine, kann auch alles, äh, Minu, aber hey. Ich könnte theoretisch auch Protus jemand anderem geben. Doppelton oder so. Ja, ich gebe ihr Schutz und Protus. Und Blink gebe ich mal Doppelton. Damit er auch mal buffen kann. Ein bisschen. Er ist ja ein Allrounder, ne? Und Zyrafila, danke für acht Monate. Äh, ich weiß nicht, ob das wieder Piraten sind oder normale Seeleute sind, aber die sehen schon ein bisschen piratisch aus, ne? Mit ihren, ähm, äh, mit ihren Augenklappen. Ja, Schild brauchen wir nur zwei. Wenn er Arr sagt, dann wissen wir es. Ja, spätestens dann. Vielleicht trägt er nur eine Augenklappe, weil er, ähm, in einer ganz normalen Schlacht sein Auge verloren hat. Kann ja auch passieren, ne? Der hat schon bronzer Haar nicht, aber der hat noch keine Handschuhe und keinen Kopf. So, und hier noch ein Schild. So, okay. Firien schon mies fun in Final Fantasy Dissidia. Ist das so? Wegen seinem Charakter oder wegen seinem Kampfsystem, meinst du, Fun? Er will bestimmt nur Edgy sein, ach so. Äh, ja, es gibt nichts Neues. Also klar, es gibt eine Keule. Ich glaube, wir machen, wir machen, äh, Lycoris Keule-Main, ne? Oder Dolch-Main. Dolch oder Keule-Main? Ich glaube, als Dolchträger kann sie ein Schild benutzen. Aber Keule ist halt so typische Magier, ne? Äh, typisch Weiß-Magier. Dolch ist ja eher so Schwarz-Magier. Er hat auch 20 Magiestörung. Dolch ist halt schwächer, aber wird wahrscheinlich, äh, im Laufe des Spiels immer mehr Ausweichen geben. Aber Keule wird halt Magie-Verteidigung geben. Ich glaube, ich gehe auf Keule. Keule! So. Weil euer Allrounder ist, kannst du so viel machen. Ach so. Willkommen in unserer kleinen Hafenstadt Palum. Grüße. Ahoi! Schöne Braut. Komm her, ich lade dich auf den Tassen Lebertran ein. Ich will weg hier. Based. Palum. Weißt du, geht das nicht mit dem Gläsen? Mit dem Schiff kommt ihr nach Poft. Äh, ja. Ansonsten gibt es hier nichts mehr, ne? Auf geht's nach Poft, wa? Steigt schon mal auf das Schiff, das draußen am Hafen vor Anker liegt. Es geht gleich los. So eine Tasse Lebertran wäre jetzt schon geil, ne? Stadt Poft. Dies ist die Hafenstadt Poft. Im Norden liegt Salamant und im Osten barfuß. Ja, wir wollen nach Norden dann, ne? Das wieder zurück. Hier ist noch eine Spelunke. Der sieht besonders aus. Ist das Main-Charakter hier? Oh, das ist Sid! Ihr wollt aufs Luftschiff? Dann rückt mal den Zaster raus. Ähm, ich will lernen. Luftschiff gelernt. Das ist Sid, der Luftschiff-Profi. Zaster, so ein gutes Wort. Ähm, wenn ihr das Luftschiff wollt, bezahlt mein Gehilfengeld. Okay, Mitril? Sagt da nichts dazu? Wildrose? Sagt da auch nichts dazu. Okay. Barfuß, die Stadt im Osten, ist von den imperialen Streitkräften okkupiert worden. Die bauen dort etwas Grauenvolles. Okkupiert. Aber ja, in Barfuß wird der Zerstörer gebaut. Basquus ist die Stadt im Osten. Äh, ok. Ich glaube, die sagen alle das Gleiche, ne? Ja. Was ist Lebertran eigentlich? Ich denke, irgendeine Flüssigkeit, die was mit der Leber zu tun hat. Weil wenn man es trinken kann. Habt ihr schon das Luftschiff gesehen? Es gehört Set. Außer Set ist wohl auch keiner in der Lage, so ein fliegendes Schiff zu steuern. Ja, Luftschiff ist noch ein bisschen zu early. Das kommt wahrscheinlich dann irgendwann im Late Game. Alk, nee, ich denke, das ist kein Alkohol. Also vielleicht trinkt man das normalerweise gemischt mit Alkohol, aber... Und Yuna, Minamoto. Dankeschön für sechs Monate. Vielen, vielen Dank. Ist aus Fisch gemacht. So gelbliches Öl. Ist das das, was man, ähm, was man trinkt, wenn man diese, das was in diesen Kapseln drin ist? Diese, diese komischen Fischölkapseln, die man dann vom Arzt bekommt, wenn man Vitaminmängel hat? Ist da Lebertran drin? Ja, das ist Lebertran. Oh, stark. Fabriktran. Ist ein dünnes, hell bis braun-gelbes Öl, das hauptsächlich aus Leber von Kabeljau und Schellfisch gewonnen wird. Daneben werden auch Arten wie Seehecht, Pollack, Haie oder Rochen zur Produktion verwendet. Ah, ja, dann kenne ich das doch. Aber halt nur in Form von Tabletten. Und die saufen das einfach glasweise. Ihr sucht Zit, der hängt wahrscheinlich in der Kneipe herum. Wenn ihr was springen lasst, nehmt ihr euch sicher gerne mit. Ne, ich denke mal, wir sind hier noch zu früh bezüglich des Luftschiffes. Ich denke mal, nach Norden müssen wir jetzt ganz normal laufen. Nach Salamund müssen wir, denke ich mal, ganz normal laufen. Gibt's hier neues Bells? Ich denke mal nicht, ne? So, was gibt's hier für Gegner? Neue Goblins, Goblin-Wächter. Schön Eis in die Gruppe rein. Wie stark ist der nur mit seinem Stab? Stark? Sehr stark? Ja, easy. So, wo könnte das theoretisch sein, Salamund? Da ist irgendwie ein Eingang. Aber ich denke mal, Salamund ist hier. Ich denke mal nicht, dass wir... Wobei, es hieß Norden. Das wäre ja eher Norden. Das ist ja schon Osten. Ich denke mal doch, das ist Salamund da oben im Norden. Und jetzt kommen so Level 500 Gegner. Ich wollte zaubern, scheiße. Oh, der macht mit seinem Stab guten Damage. Die Hinterreihe von Farbgebung sah aus wie der Goblin von Spider-Man. True. Das ist bestimmt Salamund, oder? Ich dachte, der ist ein bisschen stärker, weil er alleine ist. Oh, okay. Statt Salamund. Salamund, nicht Salamund heißt das. Splinter Cell. Ich habe gerade irgendwie an Meister Splinter gedacht. von Teenage Mutant Ninja Turtles, Digga. Hier ist nun der Standardkram. Wieso wollten wir noch mal nach Salamund, Chat? Ich habe es irgendwie verdrängt. Was wollten wir noch mal hier? Stimmt, wegen Mitril. True. Langschwert, Kampfachst, Langbogen. Neue Waffen für unsere zwei Nahkämpfer. OP, gewonnen. Südlich von hier sind die Wasserfälle von Semit. In der Nähe gibt es eine Höhle, in der Mitril abgebaut wird. Südlich. Okay, da ist bestimmt dieser Typ, der sich schlau machen soll wegen Mitril. Alle männlichen Einwohner von Salamund müssen als Sklaven in einer Höhle in der Nähe der Wasserfälle von Semit malochen. Bitte befreit sie. Sie sagt einfach Malochen. Legende. Ich bin unsterblich in Josef verliebt. Doch ich fürchte, ich wäre ihm nur eine Last. Oh. Josef liebt bestimmt dich auch sehr. Du musst dich einfach nur trauen. Die kommt aus dem Port her. Das ist ja Josef. 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 Mitril. Mitril? Wir haben es immer noch nicht finden können. Es gibt Hinweise, aber was interessiert euch das überhaupt? Ihr seid Fremde. Wenn ihr mehr wissen wollt, müsst ihr euren Mut und an Beweis stellen. In der Nähe der Wasserfälle von Semit gibt es eine Höhle, in der Bewohner unserer Stadt Zwangsarbeit leisten müssen. Befreit sie und ich werde mehr erzählen. Ja, okay, chill halt. Yo, hey, ich hatte so ein Geheimnis und wenn du dieses Geheimnis wissen willst, dann befreit doch unser Volk aus der Sklaverei. Okay, chill halt. Ich dachte, ich gebe dir hier so einen netten Groschen oder so. Wildrose? Prinzessin Hilda soll euch geschickt haben? Dreihalbstark und einen komischen Magier? Ich glaube euch kein Wort. Wow. Ja, okay, dann befreien wir mal das Volk aus der Sklaverei. Das, was man halt sonntags macht, ne? Erstmal Josef kündigen. Weißt du? Wir haben extra dieses Scheiß-Code-Wort unter uns Rebellen. Nur damit der Pimmel dieses Code-Wort dann nicht glaubt. Engel. Wiederbeleben. Anti-Grimoar. Lehrt den Zauberspruch Anti, der MP reduziert. Bann. Lehrt den Zauberspruch Bann, der das Ziel in eine andere Dimension bannt. Oder die Gefährten auf die vorherige Ebene transportieren. Okay. Ja, nehmen wir mit, I guess. Äh, Beam. Engel können wir auch mal mitnehmen. Äh, ich geb mal... Bann geb ich mal... Lycores. Und Engel geb ich mal Doppelton. Hast du noch gestern die drei Bälle jongliert? Ne, leider nicht. Das war gestern ein sehr trauriger Stream. Auch wenn es sehr lustig war. Und ich hab Muskelkarte im Bauch. So. Äh, Wasserfälle. Was haben die damals noch mal gesagt? Osten? Ne, Süden haben die gesagt, ne? Also, I guess irgendwo hier im Wasser? Monster Boar. Heute kannst du doch von den Sachen eh nichts mehr. Ja doch, klar. Profi. Äh, ich hab Muskelkarte wegen Pfeifen. Da bestimmt ist das die Höhle, ne? Äh, was war ein Soldat hier? Excuse me. Wowie. Der kann keine Schwarzmagie, ne? Der kann aber Angst. Jetzt hat er bestimmt übelst Angst. Opfer? Okay, der ist doch gar nichts mehr so stark. Der andere Soldat, der in der Stadt uns da weggebongt hat, der war, glaube ich, auch grün, ne? Nicht gelb. Deswegen so ein Billo-Soldat. Aber ja, wir kommen ja in die Nähe der versklavten, äh, Arbeiter. Deshalb kommen hier auch jetzt Soldaten, ne? Chidori. Zack. Äh, zack, zack. Zack, zack, zack. Chidori. Tausend Vögel. Kann's noch. Ja, hier sind die Wasserfälle und wir müssen ja irgendwie drüber. Die Höhle ist ja oben drüber. Das heißt, ich muss jetzt hier komplett einmal... Versklavte Soldaten? Vielleicht bist du auch da in der Höhle. True. Vielleicht bist du auch... Aber das sind ja die Versklavten von Salamant. Und du bist ja eigentlich einer, ein Bewohner von Finn. Deshalb es würde keinen Sinn ergeben, dass du hier bist. Oder die haben die Gefangenen von Skin, alle, äh, von Finn, alle hier rüber transportiert, damit die hier arbeiten oder so. Auch. Ebenfalls halt, ne? Kann natürlich auch sein. Aber ich denke nicht. Hey, John F. Kramer. Ja, ich steige jetzt immer Leitern so hoch. Ich steige jetzt immer Leitern so hoch. Ich bewege mich durch die Wohnung nur noch mit einem Slickback. Aber was ist, wenn Sibota eine Hirnwäsche hatte? Können wir ihn leichtfertig glauben? Wenn wir ihn finden, stimmt, ne? Vielleicht haben die ihn krass gefoltert oder so. Sibota wird jetzt in jedem Szenario kurz glauben, dass er dort gefangen ist. Und dann kommt er einfach bis zum Ende des Spiels gar nicht vor. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, wann man Sibota wiederfindet. Ob das in den ersten, äh, paar Szenarien hier passiert oder erst im Late Game, I don't know. Ich bin der Endboss. Endboss ist einfach Fusion aus Sibota und Imperator. So, das ist die Mithrilhöhle. Denke ich. Rein da. Auf mystisch angelehnter Hase, ja. Yo! Ich hab auch zu den Autorun gemacht. Die greifen einfach alle an. Ich wollte eigentlich Massenspell da reinballern. Ja, jetzt können wir auch alle Autohit machen. Ja, es wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt, mal mehr aufs Maul zu bekommen, ne? Damit ich mal Vita leveln kann. Und damit auch sie, ähm... Uh, hier kommen Dungeon-Mechaniken. Und damit auch Lycores Stab lernen kann. Zu benutzen. Wer sind die denn? Sasquatch. Oh, lol. Also, die erste Etage ist nicht so groß. Äh, Lycores Stab auf zwei. Okay. Sobald sie Stab auf drei hat, dann können wir wieder anfangen zu zaubern, denke ich. Liquid. Liquid! Aber Moment, haben die überhaupt... Haben die überhaupt generell Stufen? Die haben schon auch Level, oder? Oder haben die nur Stats? Die haben keine richtigen Level, ne? Die haben gar keine Level. Hier gibt's gar keine Level. Hier gibt's nur Stats. Ja. Statusse! Stati! Statussis! Mal gucken, ob hier auch alle Kisten voll mit Fallen sind. Bisher haben wir noch keine einzige Falle gehabt, ne? In FF1 war ja Standard. Okay. Jede Kiste ist eine Falle. Okay. Keine Falle. Aha. In dem ersten Teil habe ich ja einfach Random Encounter immer ausgehabt und hab nur durch die Kisten gelevelt. Weil da genug Gegner eigentlich in den Kisten kamen, dass man Random Encounter teilweise komplett ignorieren konnte. Irgendwie steigt ihr Stab nicht mehr. Oder kommt sie gerade gar nicht zum Angriff? Doch, sie kommt zum Angriff. Doch, doch. Geht, okay. Sie levelt ihren Stab noch. Und wieso hast du diesmal die Encounter angemacht? Jo, wer ist der? Ein Ballon! Ballon! Ich habe den Encounter hier angemacht, weil ich levele. Die Kisten haben hier jetzt keine Gegner drin. Ich muss jetzt unterwegs leveln gegen normale Gegner. Warum warst du eigentlich nicht bei der Minecraft-Auktion dabei? Ich wurde gegrieft. Ich hatte nichts zum Auktionieren. Schon High-Potions? Ja, nicht nur die Fee wurde geklaut, auch der Fuchs wurde geklaut. Du hast doch aber angefangen. Ja, und? Soll ich jetzt sagen? Soll ich jetzt darauf antworten? Weil ich angefangen habe, wurde ich gegrieft und deshalb habe ich nicht mitgemacht bei der Auktion. Wird dir die Antwort besser gefallen? Kubi und Hockey 2 werden niemals vergessen sein. Wisst ihr, was das lustige ist, Chat, bei der Fee, die ich gefunden habe? Dashka hat sie mir wieder geklaut und sie bei sich zurückgebracht. Und wisst ihr, wie er wieder abgehauen ist? Seine Fee ist wieder abgehauen. Verdient, die miese Sau. Ich sage es, wie es ist. Ich sage es, wie es ist. Karma, ja. Oh no, was ist das denn hier für ein Hokuspokus? Ein Hinterhalt von einem Splinter. Guter Hinterhalt. Haha, verfehlt. Okay. 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 Jo. Everyone is here. FF2, der Teil mit den meisten Zufallskämpfen und nervigsten Dungeons. Hashtag leere Räume. Wohl eher Hashtag Skill Issue. Ja, den hab ich es gegeben. Das wäre eine gute Geschäftsstrategie. Jedes Mal die Fee suchen und an Dashke verticken. Nee, nächstes Mal, wenn ich sie finde, bringe ich sie um. Keine halben Sachen mehr, Chat. Keine halben Sachen mehr. Dashke hat noch eine Fee. Die werde ich heute suchen. Und ich werde die, die er noch übrig hat, die werde ich umbringen. Kegi so based. Ach so. Also die Zaubersprüche steigen echt langsam, ne? Die steigen echt langsam. Wieso geht es da eine Brücke nach unten, wenn da gar nichts ist? Weder eine Tür noch... Ach, das ist Hashtag leere Räume, ne? Das meint er mit leeren Räumen. Ja, ich kann, wenn ich mit Auto Kampf mache, dann machen die immer den letzten Befehl nochmal. Das heißt, theoretisch kann ich bei ihr immer auf Eis stellen oder so und dann ballert die immer Eis raus. Ähm... Aber... Auch damit... Irgendwie... Levelt das sehr, sehr langsam. Und ich habe ja drei Elemente. die ich benutzen, die ich levele. Vielleicht muss ich mich wirklich nur auf ein Element fokussieren. Uh, was sind wir denn hier? Bitte befreit uns! Bitte befreit uns! Bitte befreit uns! Bitte befreit uns! Chat, was glaubt ihr ist der Protagonist hier? Spot the Protagonist. Für du solltest einen Scheiterhaufen für die Feen bauen und wenn Dashke um die Ecke kommt, anzünden. Ach so! Unten rechts meint ihr? Nee, das ist nur ein Sklave. Vielleicht der hier. Ah, Paul! Dörpelt nun die anderen! Ihr seid unsere Rettung! Besten Dank, Jungs! Und dir auch, Lycoris! Das ist Josefs Tochter Nelly! Borgen, dieser Drecksgerl, hat sie entführt und als Geisel festgehalten, um Josef zu erpressen! Ihr solltet Prinzessin Hilda das Mithril bringen, ja? Dann seid ihr bei mir goldrichtig! Ich hab so meine Beziehungen und wusste, dass ich das Mithril hier finde und wollte euch zuvorkommen. Hätte bestimmt eine satte Belohnung gegeben. Nur bin ich leider selbst in einer Falle getappt und saß hier fest. Wie auch immer, ich werde mir mit den Gefangenen hier das Weite suchen, wir sehen uns. Bosskampf? Ja, Paul ist der beste Dieb, hat er gesagt. Er ist der beste Dieb, aber nicht unbedingt der beste Fallenentschärfer, wie es aussieht. Grünschleim! Die sehen aus wie diese Go-Go-Go's. Kennt ihr diese Go-Go's, die man immer so geworfen hat, dass die dann so richtig landen? Der glaub ich hießen Go-Go's oder Go's. So sehen die aus. Eins. Okay, ich glaub die sind physisch resistent, aber Magie ist okay. Hatte voll viele von denen. Ja, ich wollte mal viele davon haben, aber ich hatte so eine Hand voll von denen gehabt. Do-Go. Die Schnauze. Ja, aber das ist, dass sie das hier eingebaut haben, dass man wirklich noch die HP mitlevelt, ohne sich selbst die ganze Zeit auf die Fresse zu hauen. Das ist wirklich eine sehr gute Entscheidung gewesen. Das ist wirklich eine sehr gute Entscheidung gewesen. Das ist wirklich eine sehr gute Entscheidung gewesen. Das macht das halt wirklich ein komplett anderes Game gefühlt. Feuergrimoire, stark hab ich schon. Ich hab leider keinen Äther, glaub ich, dabei. Das heißt, sie kann gleich nicht mehr zaubern und ist dann gleich beim Bosskampf komplett useless. Es war schon dumm, aber irgendwie hab ich trotzdem positive Erinnerungen. Ja, es war eine dumme Idee, aber ich hatte auch damit an sich kein Problem gehabt damals. Aber ich bin auch ein Typ, der gerne grindet. Ja, ich weiß, man kann das boosten, aber ich will es nicht zu sehr abusen. Das Leveln der Stats. Weil ich will ja trotzdem irgendwie auch Gameplay haben. Okay, jetzt haben wir ein Problem, Chat. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben jetzt ein Problem, Chat. Oh, man kann auch Feuergrimoire so benutzen. Äh, ja, wir haben ein Problem. Äh, ja, wir haben ein Problem. Ich glaube, ich muss fliehen. Weil ich mach bei denen physisch kaum Schaden. Und Lycores hat kein Mana mehr. Also, ich könnte jetzt draufhauen und denen die ganze Zeit zwei Schaden machen. Und irgendwann habe ich die bestimmt nach 20 Minuten besiegt. Ich kann aber auch einfach weitergehen. Nein, nicht fliehen. Oh mein Gott, ich bin am Fliegen. Hört auf zu fliegen. Aber jetzt theoretisch, wo ich auch gar keine Magie mehr leveln kann. Weil ich eh auch kein Mana mehr habe. Die Waffen schon, bei denen alle auf Stufe 3 sind. Und nicht mehr höher gehen können. Können wir eigentlich Random Encounter ausmachen. Weil ab dem Punkt ist es jetzt komplett ... Komplett brain dead. Ich one-hitter alles. Uh. Bossgegner? Rebellen! Die sind sehr tanky, was physisch angeht. Und ich weiß nicht, dass die Leute hier sind. Schwarzritter? Nee. Die sind sehr tanky, was physisch angeht. Ich habe leider keine Magie dabei. Ich verbanne ihn. So, weg damit. Schade. Schade. Das ... Scheiße, Chad. Wir müssen zurückgehen. Ich brauche Eta. Wir müssen wieder raus aus der Höhle. Ohne Magie schaffe ich ihn nicht. Ja, 711 geheilt. Ja, 711 geheilt. Ich meine, Mino hat sehr viel, äh ... sehr viel Mana. Also wir können das vielleicht so ... wirklich über die Runde noch bringen. Über die Runde. Über die Runde. Batz. Ja, für, für, für Mino muss ich gar nichts leveln. Seine Heilung ist komplett OP, aber ... ja, dass sie teilweise auch nur ... ein Schaden macht, äh, Null Schaden machen. Der hat bestimmt wie 500 Leben oder so. Red King muss halt treffen. Sein Treffer ist der Wichtigste. Fallstufe 3. Okay, doch nicht. Ich dachte, der Red King macht nur mal ein bisschen mehr Damage, aber doch nicht. Das waren nur 6. Oh, 26. Okay, doch, er ist stark. Was ein Kampf, Junge. Oh, die Musik. Die Melodie, Final Fantasy 14. Im Hintergrund. Wo kommt die Feuer in FF14? Warte gleich. He does. He does. Hier das. Das kommt mir irgendwie ultra bekannt vor. 4 Junge, was ist mit Red King los? Triff doch mal. Ich kann im Kampf nicht die Originalversion anmachen. Was sagt ihr Chat, wird das noch funktionieren? Wird er noch sterben? Yo, die macht einfach 21 damage mit dem Holzstab. Auf seine mega dicke Rüstung. Also, der Kampf endet, sobald Minu tot ist oder Minu keinen Mana mehr hat. Dann ist der Kampf vorbei. Ich gebe doch mein Bestes. Dein Bestes reicht nicht. Ich will mehr. Die Null Schaden macht mich schon stolz. Hey, manchmal macht sie auch ein bisschen mehr. Da, siehst du, 16. Verfehlt. Ja, was war das für eine Nullrunde? Ja, es war halt echt nicht smart. Ich hatte noch vorhin gesagt. Ja, wenn ich jetzt ihre ganze Magie raushaue, dann hat sie keine Magie mehr für den Bosskampf. Und dann ist sie recht schwach im Bosskampf. Aber ich habe jetzt nicht erwartet, dass der Bosskampf, dass bei dem Bosskampf Magie so wichtig ist. Okay, nice. Also, da habt ihr gegoogelt. Nette Schnapszahl. Und was war sie? Ey! Wir können Waffen höher leveln. Oder jedenfalls bei ihm. 420. Haha, okay. Nice. Wui, wui. Mithril! Damit können wir jetzt unsere, alle Soldaten der ganzen Rebellen ausrüsten. und den Imperator bezwingen. Mit einem Klumpen, ganz schön kross. Da sind sie! Die fallen! Ich habe sie vermisst. Nein! Nein! Ich habe keinen Mana. Kann ich fliehen? Kann man vor Fallen weglaufen? Kann man vor Fallen weglaufen? Fliehen nicht möglich! Die machen alle 0 Damage! Außer sie kritten. Sie machen nur Damage, wenn sie kritten. Können wir noch kurz googeln, wie viel Leben die haben? Landkröte in der Mithril-Mine? 140, er geht ja noch. Hallo, was soll das? Und ich kriege einen Beam dafür! Wow! Fantastic, Digga! Ich meine, ich hätte auch einfach neu laden können, aber ja. Wenn er zu viel Leben hätte. Aber 140 geht ja noch. Okay, dann sind wir fertig, ne? Ich dachte, hier ist noch irgendwas. Aber man geht da wohl nur für Beam hoch. Okay, gut, hier ist Beam, weil die wollen dir sagen, hey, benutzt doch jetzt mal Beam. Weil mit Beam beamt man sich raus. Damit man nicht zurücklaufen muss. Das macht Sense. Game Design. Einfach Game Design, Leute. So, dann gehen wir mal zu Josef. Ja, wo war Josef nochmal? Josef? War hier, ne? Ah, da ist sie. Neeli heißt sie. Danke, dass ihr mich gerettet habt, Digga. Verliert keine Zeit! Bringt das Mithril, Prinzessin Hilda! Ah, okay. Ich dachte, wir müssen noch mit Josef darüber reden. Game Design. Immer Geld bekommen, wenn man es ausgeben muss. Hm. Äh, wir müssen wieder... Oh, ich bin hier komplett falsch. Wir müssen zurück mit dem Schiff wieder, ne? Von Poft aus nach Palum. Ne. Von Poft nach Palum. Ist auch scheißegal, Digga. Ach so. Das war in Final Fantasy 2. Mhm. 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 Ja, Chat, in dem Tempo spielen wir das Spiel auch gleich durch, oder? Ja, ich mache es noch unten. Gleich Handboss, ja? Vor 18 Uhr sind wir durch. Ja, hier rein. Ja, ich weiß noch nicht, was der Plan von FF14 wird. Darüber mache ich mir noch gar keine Gedanken. So, wertvolles, äh, Mithril. Das Mithril? Nun können wir endlich unsere Soldaten mit Waffen und Ausrüstung ausstatten und der Imperial-Namie die Stirn bieten. Ja, wahrscheinlich ist das so, Chad. Äh, Mithril, es ist nicht ein Klumpen, sondern jeder von den vier Charakteren hat so einen kompletten Rucksack voll Mithril auf dem Rücken. Und man braucht immer noch so ein kleines Stück Mithril, Mithril, weil Mithril so eine magische Kraft hat und die überträgt sich dann auf die ganze Rüstung oder so. Jetzt können wir die ganzen Soldaten damit ausrüsten. Er bringt das Mithril zu Tobul, er wird sich freuen. Wer zum Fick ist Tobul? Wer ist... Ist der Name Tobul schon vorher gefallen? Ich kann mich an kein Tobul erinnern. Ja, ist schon gefallen. Wer war das? Mithril, äh, Metallgemisch, wo wir das Rezept bekommen haben. Hm. Wer ist Tobul, Chad? Ich geh jetzt mal schlafen. Ja, ich denk mal, es ist ein Schmied, aber... Wo hat mir vorhin einen Schmied gehabt? Ich kenn keinen Tobul. Der alte Greis? Welcher alte Greis? In der Nähe von Sid? Kann ich dir nicht sagen, bin ich in einer Gruppe. Hier in der Stadt beim Waffenladen? Ah, stimmt, der alte Mann! True! Der, natürlich! Hossa! Wenn das nicht das sagenumwobene Mithril ist! Wie lange habe ich darauf gewartet, dieses edle Metall schlagen und formen zu dürfen? Überlasst den Rest mir! Im Nu werde ich euch die besten Waffen an Rüstung und schmieden! Hossa! Hossa! Die geschmiedeten Schwerter und Rüstungen könnt ihr hier im Laden kaufen! OP! OP! Gibt Masamune! Mithril Keule einfach! Aber keine Mithril Axt, Leute! Keine Mithril Axt! Speer hat 18! Schwerter 20! Wie viel hat denn das? Die Axt! 15! Dann müsste ich ja jetzt bei ihm einen komplett neuen Waffentyp lernen! Ich glaube, ich bleibe erstmal bei seiner Axt! Er verpasst jetzt zwar ein Upgrade dadurch, aber... Ja, wobei, ich habe genug Geld! Komm, wir kaufen ihm auch das Schwert! Dann lernt er jetzt auch halt, Schwert zu benutzen! So! Dann übt er jetzt halt auch ein bisschen mit dem Schwert! Und sobald wir eine Axt haben, dann wechseln wir halt wieder auf Axt! Das Metall ist selten! Warum kannst du es so billig kaufen? Naja, wir sind ja die Rebellen! Die sind ja nicht... Waffen sind ja nicht da jetzt, um Geschäfte zu machen! Die sind ja da für uns Rebellen, damit wir gegen den Imperator antreten können! Wäre ja doof, jetzt... Seine eigenen Soldaten Eine Waffe anzubieten, die sie nicht kaufen können! Ich will auch ein Rebell sein und gegen den bösen Imperator kämpfen! Die Fertigstellung des Zerstörers muss unbedingt verhindert werden! So! Ne, ich habe auch The Fever noch nicht gespielt! Der Dunkelritter, unter dessen Leitung der Zerstörer fertiggestellt werden sollte, scheint ein äußerst fähiger Befehlshaber zu sein! Wir können von Glück sagen, dass er nach seinem Malheur mit dem Mitril und mit anderen Aufgaben betreut ist! Wir müssen die Gunst der Stunde nutzen! Reist nach barfuß und verhindert, dass der Zerstörer fertiggestellt wird! Okay! Schon live war es ein Träumchen! Ja, heute um 12 Uhr schon! So, dann reisen wir... ... äh, wieder rüber! ... nach Poft! So war die Zeit, ne? So war die Zeit vor Internet und Handys, ne? Eine schreckliche Zeit! So, barfuß müsste dann wahrscheinlich hier sein, ne? Das sind ja die Segel wieder, die sehen aus wie ein geiles Booty... Booty? Booty! Booty! Das ist ja wirklich so ein, ähm... ... Gerät! Wie der... ... äh... ... Star Wars! Ich hab den Namen vergessen, einfach! ... Todesstern, genau! ... Zwischen FF1 und 2 liegt nicht so viel Zeit, äh, oder? Sieht, äh, 1 zu 1 gleich aus! Äh, ist halt dieselbe Konsolengeneration, ne? NES! Um in das Innere des Zerstörers zu gelangen, benötigt ihr einen Pass? Mit diesem Borgen als Vorgesetzten sind wir echt gestraft! Warum sollen wir dem helfen, die Karriereleiter aufzusteigen? So ein Dreck! Ähm, warte noch... Wir brauchen einen Pass! Ihr gehört zu den Rebellen, die unter Prinzessin Hilda dienen, richtig? Bitte zerstört ihr das große Luftschiff! Wir zerstören es nicht, wir klauen es! Wenn der Dunkelritter nicht bald wieder das Kommando hier übernimmt, wird der Zerstörer niemals fertig! Alle hassen, äh, die scheiß ich ja sogar die Soldaten selbst! Einer der Rebellen hat sich unter die Soldaten des Imperators gemischt! Der ist sicher im Besitz wertvoller Informationen! Uh! Okay! Los, arbeitet! Ihr solltet arbeiten, sagte ich! Und der Graf Borgen will keiner von euch nur einen Finger rühren! Faules Pack! Arbeiten sollt ihr, Elend, in nichts nutze! Je schneller der Zerstörer gebaut ist, desto schneller wird, äh, werde ich befördert! Durch und durch böse! Ein guter, ein guter ist er! Ist vor allem ein Remaster der beiden, was beides erst vor kurzem kam, ja, das kommt noch dazu! Auf Borgen ist er überhaupt kein Verlass! Graf Borgen, meine ich! Gibt's hier neue Magie? Sind wir schon bei Feu-Ga? Wahrscheinlich gibt's hier gar keinen Feu-Ra und so, ne? Sondern das muss man wahrscheinlich sich erlernen durchs Spammen der Zauber. Äh, er lernt der Zauberspruch Medikus, der temporäre Zustandsförderung kuriert. Okay, es gibt Medikus und Medika. Okay, stumm. Ähm, Items. Ja, ich mach auch beides an ihm hier. FF1 bis 3 ist NES, FF4 bis 6 ist SNES, FF7 bis 9 ist PS1. Waren immer drei! Crazy, stimmt eigentlich, ne? Kannst sie nur verbessern, gibt keine besseren Versionen. Man kann ja auch selber einstellen, ob man ein Ziel oder mehrere anvisiert. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Der Dunkelritter wurde von Graf Borgen abgelöst. Unter dem Dunkelritter war die Arbeit eine wahre Tortur. Aber unter Borgen zu dienen, ist ein Genuss. Wieso ein Trottel es zum Befehlshaber der imperialen Streitkräfte bringen konnte, ist mir ein Rätsel. Ups, da habt ihr, das habt ihr nicht gehört. Ich glaub, wir haben den Informanten gefunden, Chat. Da haben wir die falsche Schlange gefunden. Ähm, Wildrose? Ah, Verbündete, konnte bis vor kurzem nicht frei agieren, weil der Dunkelritter mir sonst auf die Schliche gekommen wäre. Borgen ist viel zu sehr auf seine Karriere fixiert, als dass er gescheit kommandieren könnte. Ähm, Luftschiff? Zerstörer brauchen wir. Ihr seid also gekommen, um den Bau des Zerstörers zu sabotieren? Mir könnt ihr es sagen. Ich bin ein Freund. Dort drüben gibt es einen Eingang zur Kanalisation. Sie wird euch zum Zerstörer führen. Seid vorsichtig. Wir sollten nicht zusammen gehen. Wir werden also, äh, geschein, also wir sollten nicht zusammen gesehen werden. Sonst schöpft noch jemand Verdacht. Also viel Glück, Freunde. Okay. Nice. Da können wir jetzt rein. Äh, ich denke mal, neue Waffen, Rüstungen. Also es könnte vielleicht neue Rüstungen geben. Waffen denke ich mal nicht. Ne? Weil wir haben jetzt Mitrielsachen bekommen. Aber vielleicht neue Rüstungen. Äh, nope, 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 nope. Doch, Silberhanisch. Ist neu. Silber. 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 Und Silber. Okay. Ab in die Kanalisation. So Kanalisation, äh, in Kanalisation reinzugehen, um irgendwie von unten irgendwo einbrechen, ist auch so ein, so ein typischer JRPG-Plot, oder? Gefühlt jedes JRPG hat das. Wir müssen durch die Kanalisation irgendwie eindringen. Einfach bausers Luftschloss. Wie weit sind wir schon, Silber? Ich hab keine Ahnung. Wir haben noch nicht mal den Imperator getroffen. Kämpfe sind an. Warum geht's eigentlich gerade in-game? Äh, wir versuchen den, ähm, den Todesstern kaputt zu machen. Ich hab kein Äther gekauft. Wir müssen kurz wieder raus. Äther, wichtigste Ressource im ganzen Spiel. Damit ich Mana heilen kann. Schoppi, Schoppi. Ne, das ist falsch. FF2 ist schon basically Star Wars irgendwo. Ja, es gibt einen Imperator und es gibt einen Todesstern. Ja. Final Fantasy 12 halt. Äh. Ich kann kein Äther kaufen, Leute. Kann ich kein Äther kaufen? Bitte sag mir, ich kann Äther kaufen. Bitte. Ja, okay. Das kostet 1000. Halt mein Geld rein. Eigentlich ist jedes, äh, Final Fantasy Star Wars. Ja, der, äh, die waren halt Star Wars Fans, ne? Ich mein, FF9 hat doch sogar Star Wars Zitat drin. Ah, wer ist hier? Luke Skywalker. Ich bin dein Vater. Ne. Der Endboss in FF9, äh, zitiert Yoda. Der ist Jar Jar Binks. Also, ich weiß auf jeden Fall, wer der Vookie der Gruppe ist. Langschwert? Okay. Der Vookie der Gruppe ist unser, unser Red King. FF9 wird Banger im Stream. Oh, ich bin wieder zurückgelaufen. Ich bin dumm. Ja. Das wird auch nice. Generell jeder Teil wird Banger. Alle Teile einfach geil. Bis auf einen. Aber über den reden wir später. Wenn's so weit ist. Bin bereit für FF9. Bin bereit, bei FF9 zu heulen. Weini, weini, stream. Aber ja, es gibt hier sehr viele Sackgassen, ey. Zum Glück haben wir ne Karte, ne? FF15 wird funny. Ja, das wird wirklich funny. Das ist auf jeden Fall ne Ziggy Comedy Show. Ballon. Ganz viele Ballons. Doch, ich freu mich auch auf FF15. Vielleicht nicht unbedingt auf die Art und Weise, wie ich mich auf die anderen Teile freue. Aber ich freu mich auch auf FF15. Vor allem, ich hab ja nie die DDCs gespielt. Das wird ne Erfahrung. Wir machen bei FF15, wenn wir so weit sind, wenn der Marathon wirklich so weit gehen sollte, dann machen wir bei FF15 auf jeden Fall ne Challenge. Die Challenge, dass ich mich nicht über das Spiel lustig machen darf. Das wird ne sehr schwierige Challenge. Das gibt mir Mühe. No-Hate-Challenge. Junge, diese Sackgassen sind echt wild. Der geht jetzt einfach stumm da. Ne, das nicht. Ein sogenannter Hinterhalt. Ich hätte mich auf Versus 13 mehr gefreut als FF15. Ja, ich glaub, das sind so die Meinungen von den meisten Leuten, die die Serie verfolgen. Aber wir kriegen doch dieses Jahr Versus 13. Kommt, glaub ich, im August oder September oder so. Oktober, glaub ich. Da haben sich doch so ein paar Leute zusammengesetzt und machen ein eigenes Spiel. Ich hab den Namen wieder vergessen. Äh, wie hieß das, Jaso? Jaso, wie hieß das? Aber ich hab Bock. Devil Summoner, ich weiß nicht, wie das hieß. Auf jeden Fall der eine, der eine Detektiv-Polizei-Typ da, der auch so tagsüber in der Stadt rumläuft und dann irgendwelche Detektiv-Fälle löst und dann nachts in so einem Metaverse unterwegs ist mit Monstern. Weiß nicht, ob das Devil Summoner war. I don't know. Erfahrene Krieger! Oh, da ist ein... Ist das schon eine Schwarzmagier? Ich hab noch genug Mana. Ja, Devil Summoner. Ja, es kommt, äh, auch auf PS5. Mein Blitz ist eigentlich hier aufgelevelt. So, Brudi. Es ist vollbracht, der Zerstörer ist vollendet. Ich habe aus dem Hintergrund operiert und den Bau dirigiert. Eure Mühe war vergebens. Kapitulation ist eure einzige Alternative. Überlegt es euch. Wir werden es wiedersehen. Hey, hey, ihr seid ja so doof. Sowas von doof, Mann. Die haben mich einfach reingelegt, Chat. Der Schwarzritter war die ganze Zeit schon da. Oh, die Bomben, jetzt ist weg. Die Bomben, jetzt ist alles weg. Die fröhliche Musik dabei noch. Die Gemeinis. Dunkelritter wurde ja dunkel Loser. Und ich glaube, gerade sind wir eher die Loser. Knoblauch. Oh, da ist der Pass. Ist aber auch geil, wie, äh, Chat, wie, ähm, dieser Zerstörer, äh, eigentlich so, dass die gefährlichste Waffe des Imperiums ist. Und, ähm, wer wird geschickt, um diesen Zerstörer kaputt zu machen? Genau. Die drei Trottel, die vorhin noch nicht mal aufgenommen wurden bei den Rebellen, weil sie Grünschniebel sind. Und dann, und dann eine Aktion später so, ja, ihr macht das schon. Viel Erfolg, ihr macht das schon. Juhu. In solchen Situationen wächst man über sich hinaus. Hm. So. Dann gucken wir mal uns an, was die in, äh, ich könnte jetzt weiter nach Süden laufen. Oh, ich weiß, was in diesem Wald kommen wird, Chat. Ich weiß noch, was in diesem Wald hier kommen wird. Äh, aber ich schau mal kurz jetzt in der weggebombten Stadt an. Ich denke mal, wir können halt jetzt nicht mehr den Hafen benutzen und zurückreisen. Ich denke mal, die haben, nee, das Schiff ist noch da. Ja, jetzt ist alles weggebombt. Wir können noch zurückreisen. Hm. Der Zerstörer hat die Stadt, weil bei dir so viele mussten sterben. Diese ehrlehnigen Schweine. Hauptsache, die Shop funktionieren noch, ne? Ja, die funktionieren noch. Dazu kommt noch, dass die am Anfang von vier einfachen Soldaten fast gekillt wurden. Das waren keine vier einfachen, das waren vier Schwarzritter. Das ist die Elite. Das ist die Elite des Imperiums. Das sind nicht einfach nur Weifers Soldaten. Ja, ob tot oder nicht, es muss geackert werden. Der Imperator macht auch weiter. Ja, hier ist auch alles zerbombt. Ach, mich hat zerweckt. Ich will nicht sterben. Wie sieht es hier aus? Hilda? Geht es Hilda noch gut? Hier wird auch alles zerbombt. Hildi? Hildusi? Viele Städte und Dörfer beklagen Tote und Verletzte. Der Zustand meines Vaters hat sich nach dem Angriff sächlich verschlechtert. Hat er jetzt eine Granate in den Arsch bekommen? Er weiß von den Leiden seines Volkes und er weiß von seinem baldigen Tod. Ich habe einfach Moin gelesen. Moin, kannst du nicht irgendwas tun? Alles Leben ist vergänglich. Niemand kann diesem Schicksal entrinnen. Hey, du bist doch Weißmagier. Uns Weißmagiern obliegt es, das Unvermeidliche ein wenig erträglicher zu machen und Schmerzen zu lindern, wo wir können. Unsere Wege werden sich daher trennen. Ich bleibe hier und kümmere euch um die Verletzten. Nein! Mein White Mage! Das Schicksal dieser Welt liegt in euren Händen. Geht und nun und zerstört das große Kriegsschrift des Imperators. Minjunge hat die Gruppe verlassen. Dank der heilenden Kräfte von Minju sind die Schmerzen meines Vaters schon schwächer geworden. Okay, jetzt glaube ich, müssen wir nach Finn, oder? Und Sibota befreien. Die Krankheit des Königs ist seelische Natur. Es gibt nicht viel, das ich zu verrichten vermag. Der Angriff des Zerstörers erfordert viele Opfer. Lernen? Wertvolles? Achso, nee. Haben wir schon hier gelernt. Was war nochmal mit dem Pass-Chat? Ach, um in den Zerstörer zu gelangen. Okay. Ja, ich habe ja mittlerweile meine, äh, unsere hier, Le Croix, äh, Le Croix, Le Croix kann ja mittlerweile, äh, auch heilen. Und Dörpleton kann ja auch heilen. Zwar noch wieder Stufe 1 beide. Oh, nee, sie hat schon Stufe 2. Ja, passt schon. Passt schon, klappt schon. Wir werden das schon überstehen. Äh, so. Hier, Schloss Finn. Da müssen wir hin. Oh. Ich weiß nicht, ob ich davor noch irgendwie ein bisschen grinden muss, oder ob wir das so hinkriegen. Mal schauen. Finale Chat. Wir kämpfen jetzt endlich gegen den Imperator. Großes Finale. Äh. Ich probiere mal, gegen einen Ritter zu kämpfen, Chat. Sind wir stark genug? Sind wir jetzt richtig OP geworden? Nach all, nach der ganzen Reise? Null. 108. Wir haben hier nur einen Damage-Dealer. Starker Damage. Starker Damage. Starker Damage. Starker Damage. Komm, wenigstens einen besiegen. Wenigstens einen, komm schon. Komm schon. Starker Damage. Ich glaube, wir sind immer noch ein bisschen zu schwach. Aber. Wo ist denn der, der Sternzerstörer? Hat der einen Hinweis bekommen, wo der gerade geparkt ist? Ich denke mal nicht, dass ich einfach in die Festung reinlaufen kann, oder? Und der sieht auch nicht so aus auf der Map, als wäre der hier. Katakomben. Katakomben. Äh, wo ist denn der geparkt? Ist hier auch alles weggebombt? Hier scheint alles in Ordnung zu sein, oder? Alle sind dem Zerstörer, dem zum Opfer gefallen. Die ganze Stadt liegt in Schutt und Asche. Oh, okay. Die scheinen wohl auch kaputt zu sein. Aber hier, das eine kleine Kind, was hier rumgelaufen ist, ist tot, Chad. Hier war ein kleines Kind. Ist weg. Ist weg. Das Kind ist zum Opfer des Krieges geworden. Äh, der Effekt am Bildschirmrand ist der, hier wurde alles weggebombte Effekt. Wie geht es eigentlich Sid nach der Bombardierung? Ähm, ist das ein, ähm, ein ominöser Hinweis, wo ich als nächstes hingehen soll? Ich frage mich echt, wie es gerade Sid geht. Chad, was meint ihr? Wie geht es gerade Sid? Ja, check mir mal ab. Ich frage mich auch, wie geht es wohl Sid? In der Spelunke. Wenn ihr auf Luftschiff wollt, bezahlt meinem Gehilfen Geld. Ähm, Zerstörer? Sprengt den Antrieb von dem Ding und es gibt ein wunderschönes Feuerwerk im Himmel. Luftschiffe werden mit Sonnenfeuer angetrieben. Der Zerstörer ist da keine Ausnahme. Lernen? Ähm, Pass? Ring? Kanu? Das Sonnenfeuer ist kein einfaches Feuer und lässt sich nicht ohne weiteres bändigen. Zu viel davon und das Luftschiff, okay. Ähm, Wildrose? Mitril? Sid ist mein Chef. Er ist der größte Luftschiffkapitän, den die Welt je gesehen hat. Der bringt euch an jeden Ort, den es gibt. Vorausgesehen, ihr könnt euch so einen Flug auch leisten. Ja. Also. In Kaschujon waren wir noch nicht. Sonst waren wir überall. Ich weiß nicht, ob ich nach Finn fliegen muss. Ich speichere mal kurz vorher, bevor ich jetzt hier Geld verschwende. Aber Finn waren wir ja auch schon. Ob ich irgendwie dahin fliege und dann steigen wir nicht... davor aus, sondern in dem Zerstörer. Aber ich weiß ja nicht, wo der Zerstörer ist. Der würde ja auf der Card eigentlich zu sehen sein. Nee. Wir können halt noch nach Süden gehen. Von hier aus. Und uns da noch umschauen. Und ich muss mies auf Toilette. Wir können ganz easy testen, ob das hier der richtige Weg ist, Chad. Was haben wir für Gegner? Easy Gegner. Dark Leon hat. Aber du kannst auch normal schreiben. Nicht so wie so ein Trottel. Ich meine natürlich, sorry. Hashtag Trottel. Okay. Das war's für heute. Ich glaube, ich komme hier zwischen den Bergen nicht durch, ne? Das ist der Kegi, den ich liebe. Ach so. Darum ist Minyu gegangen. Er ist gar nicht gegangen, weil er der Stadter helfen wollte. Er ist gegangen, weil ich ihn rausgemobbt habe. Chokobowald, Leute. Ein Chokobo gefunden. Yo, let's go. Das ist die Geburt der Chokobos, Leute. Ich darf nicht mitreiten, ne? Ja, wir machen gleich OG aus. OG, OG, OG. Schloss Kai. Ah, hier ist Kaschuyuyun. Juh, Juh, Juhn. Bro. Die wecke bompt de Stad. Die Tür ist verschlossen. Ah, okay. Da kommen wir dann später wahrscheinlich hin, ne? Okay, dann lass es wieder zurücklaufen. Hm. Du, 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 du. Du, 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 du. Das ist... Das ist... Hey, das ist ja noch... Die Melodie geht hier zu der Zeit noch gar nicht weiter. Das ist ja hier noch so ein kleiner Loop. Wie ist es in dem neu arrangierten? Geht das Lied da weiter? Oder ist es auch noch so ein Loop? Doch, hier geht's weiter. Ja, hier geht's zu Ende. Bei FF14 geht's weiter. Ja, auch bei den anderen Teilen geht's weiter. Also, ich weiß nicht, ab wann der Song vollständig wird. Aber ja, wie es aussieht, ist er in FF2 noch nicht. Also, er ist schon viel, viel früher als FF14 fertig. Chad, ich geh kurz pinkeln, während ihr hier ein bisschen zur Chocobo-Dance jampt. Und dann machen wir weiter. Holt ihr auch einen Snack oder so? Ich hol mir einen Apfel. Und dann ab geht's. Hm. Herbstbeste, weil es nicht zu warm und nicht zu kalt. Nee, Herbst ist mir schon zu kalt. Ich will, ich will, ich will abends rausgehen, wenn ich irgendwie abends rausgehe, dann will ich eine kurze Hose tragen. Und das ist geil. Das ist dann geil. Im Herbst muss man sich schon vielleicht so ein kleines Jäckchen anziehen. Und auch im Herbst musst du so ab und zu mal gambeln. Dann ist es doch vielleicht ein bisschen zu windig und zu nass. Und dann ziehst du dir eine dicke Jacke an und dann läufst du und stellst fest, es ist doch zu warm mit einer Jacke. Und dann ziehst du die Jacke aus und dann trägst du sie die ganze Zeit wie so ein Opfer in der Hand. So, was hältst du eigentlich von Sonnenfeuer? Das Sonnenfeuer ist das heilige Symbol des Königreichs Kaschujon. Auch heute noch soll es in der Eingangshalle des Schlosses brennen. Prinz Scott und Prinz Gordon erzählten davon. Ich erinnere mich nur vage an ihre Worte, doch bedarf es einer besonderen Fackel, um das Sonnenfeuer zu transportieren. Sids Erklärung zufolge brauchen wir das Sonnenfeuer, um den Zerstörer zu vernichten. Das sind die Baupläne-Chat, die Leia an Luke übergeben hatte. Dann lasst uns keine Zeit verlieren. Bitte eilt so schnell wie möglich nach Kaschujon. Mit dem Luftschiff von Sid ist es sein Leichtes, in das östliche Königreich zu gelangen. Doch wartet, wie sollt ihr das Feuer transportieren? Ja, ich denke mal, wir gehen erst mal mit dem Ding jetzt reden. Mit Gordon. Der weiß bestimmt Bescheid. Sommer hastig, weil 70% meines Kleiderschranks nicht tragbar ist. Ja, bei mir auch, weil ich jetzt fett geworden bin und festgestellt habe, keine kurze Hose passt mir mehr. Scheiße, Chat, ist Gordon weggebombt worden? Gordon ist weg. Gehst du ja bald schwimmen? Ja, dafür musst du mir auch eine Badehose kaufen. Wo ist denn Gordon hin? Hier gab es ja sonst keine anderen Gebäude, ne? Warte, vielleicht ist er einfach in der Festung. Vielleicht ist er einfach in der Festung. Festung, in den Menschen hier. Gordi? Gordi, schmordi, war ein Blonder. Wo ist Gordon? Eben war er doch noch hier. Wo ist der Gordon? Eben war er doch noch hier. Nichts passiert? Nichts passiert. Okay. Ja, ansonsten können wir nochmal kurz zu Sid gehen. Vielleicht ist er auch Richtung Galdea gereist. Oh, wow. Warte, ich frage auch nochmal Minyu kurz zu dem Sonnenfeuer. Eben war das Falsche, ne? Prüfen, Sonnenfeuer. Alle drei Jahre wurde in Kaschujan das Fest des Feuers zelebriert. Um den heiligen Feuergral zu reinigen, übertrug man das Sonnenfeuer auf die Egilsfackel. Wir brauchen eine Egilsfackel, Chad. Der Zerstörer ist ein gigantisches Luftschiff. Ja, ja, ja. Luftschiff. Ja, ja, ja. Ja. Vielleicht ist er auch schon in Kaschujan. Vielleicht wartet er dort. Vielleicht ist er zurück nach Hause gekehrt und wartet dort auf uns. Wir checken es einfach ab. Schön hin und her laufen die ganze Zeit. Das ist geil, ne? Wenn wir schon gerade eh hier sind, warte, ich check nochmal kurz hier die ab. Ob er hierhin gemoved ist. Okay. Im Jungle ist er nicht. Vielleicht ist er in der Top-Lane. Er betreibt die Bar jetzt für den Typen, der seinen Bruder beschützt hat. Kurz. Abgebogen. Wow. Ich schaff das, Chad. Ich schaff das. Okay, ich schaff das. Einfach zu schnell, der Junge. Hey, was geht ab, Johannes? Nee, hier ist er nicht. Bei seinem toten Bruder. Ja, dann auf geht's nach Kaschujan. Ja, wir brauchen dafür das Luftschiff gar nicht eigentlich. Kann ich mir das Geld sparen? Das Luftschiff wäre wahrscheinlich wichtig, wenn man halt Random Encounter nicht ausmachen könnte. Dann wäre es wahrscheinlich ganz nett. Ich kann nochmal hier nochmal schauen, ob der hier irgendwo rumläuft. Der Gordi. Ob der hier irgendwie geflohen ist. Aber hier scheint er auch nicht zu sein. Boah, wieso tränen denn meine Augen so? Also kurz davor, die ganze Zeit zu tränen. Gordi? Bist du hier? Wegen dem Sommer. Ich wünschte, der Sommer würde kommen. Dann würde ich hier nicht in einem Pullover sitzen. Dann würde ich hier nackt sitzen. Ja, der Sid wird ja nichts mehr bei Sonnenfeuer sagen. Wobei, vielleicht ist jetzt hier in der Spelunke bei Sid sitzt jetzt vielleicht auch Gordon. Nee, der sagt ja nichts Neues, ne? Nee, 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 nee. Pum, 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 pum. Beatbox-Version. Ich habe jetzt schon T-Shirt und kurze Hose an und das ist gerade angenehm. Also ich habe lange, lange dicke Hose an und ein Pullover. Und mir ist gerade okay. Ist gerade okay. Könnte besser sein. Vielleicht eine lange Unterhose. Jami, wieso bist du so ein Freak? Das klingt Heidi Sass. Nee, wir brauchen hier die Fackel, ne? Ich muss Gordon finden. Random Gedanke, was soll ich machen? Naja, jetzt will er zu seinen Lieblings-Streamerinnen gehen und dort den Filter anmachen. Erstmal hier fragen, weil du weißt, hier sind alle horny. Die horny Freaks, die haben bestimmt irgendein Tool. Ja, ich habe keine Ahnung, wo Gordon ist. Dark Leonhardt, wo ist Gordon? Wo treibt er sich rum? Was denkst du, wo er sich rumtreibt? Hieß ja gar nix. Du denkst, er ist ein Typ, der gerne Schnee mag? Meinst du, ist so einer wie hier alle im Chat so Winterfans? Meinst du, so einer ist Gordon? Können wir einen Filter über den Siegel ziehen? Siegel einfach, Segel. Da reiten wir hin. Geht's hier gleich schon in die Schneelandschaft? Boah, wie er weggebetet ist über die Berge. Gordi! Aber gab's irgendwo einen Hinweis dafür, dass Gordon hierhin geflohen ist? Oh, da muss man einfach raten. Nee, ist auch nicht hier. Hast du was zu sagen über... Ähm... Nee. Der dunkle ist mittlerweile... Okay. Das ist, glaube ich, nur die Kirche. Ja. Hey, Playmon. Hey? Mitril, Mitril. Mein Mann ist zurückgekehrt. Ich bin ja so viel mit der Blähungen. Danke, ohne euch hätten wir es nicht geschafft. Mein Mann ist zurückgekehrt. Bringt das Mitril nach Altair. Ich bin unsterblich in Josef verliebt. Das Schneeland könnte unmöglich zu Fuß überqueren und benötigt einen Segelschlitten dafür. Soweit ich weiß, hätte Josef seinen Segelschlitten in der Höhle von Semit versteckt. Irgendwo in der Nähe des blauen Gesteins. Das war... Als wir vorhin da drin waren, habe ich noch gesagt, was das für ein komischer Stein ist. Das ist bestimmt noch wichtig. Jetzt ist er wichtig, Chad. Das war Schlitten. Ich wusste erst, in dem Teil gab es irgendwas mit Schnee, aber ich dachte irgendwie, man kriegt mal so Schneeschuhe, aber es sind Schlitten. Da. Ein Felsblock markiert den Weg. Okay, vielleicht hätte ich erst mit Josef reden sollen. Vielleicht hätte ich erst mit Josef reden sollen. Ja, das Pixel Remastered ist echt hübsch. Hübschi. Hübschi. Aber ja, es gab irgendwie... Oder entweder ich habe einen NPC verpasst, aber irgendwie hat nirgendjemand darüber geredet, dass Gordon hier im Norden ist. Das ist irgendwie weird. Äh, Josef. Also man redet einfach. Man geht einfach von Stadt zu Stadt und redet nochmal mit allen. Wenn es sie nicht gegeben hätte, hätte ich diesem Borgen schon längst das Hals umgedreht. Aber der sagt auch nichts über den Schlitten und den Stein. Die sagt auch nur Danke. Wünschst du nur so ein bisschen mehr Abwechslung in den Styles der Spiele? Ja. Ja. Diese Abwechslung kriegst du dann später im Verlauf der Spiele ja ganz, ganz viel. Gordon ist nicht im Norden, aber hier geht es erstmal weiter. Okay. Ja, die Frage ist nur... Was mache ich mit dem Stein? Ich frage mich, wie es SID gerade geht. SID soll die Schnauze halten. Hier ist der Schnee, da kommen wir halt nicht weiter. Da brauchen wir einen Schneeschlitten. Ja, ja, ja. FF2 ist länger, ja. Ja, sag denn du. Schieß los. Mit dem König reden? Ich habe mit Min Yu geredet, aber nicht mit dem König. Nee, ich konnte das Schlittenwort nicht prüfen. Das ging nicht. Da kam das Menü nicht auf. Ist mir das Menü nicht aufgeploppt. Man kann nur rote Wörter prüfen, nicht grüne. Grüne. Depp selber. Ich bin kein Depp. Du bist Depp. Ja, hier. Ja, eigentlich musst du halt wirklich immer einfach mit allen wichtigen Charakteren reden. Und dann kriegst du eigentlich genug Infos. So. Für den Fall einer Niederlage gegen die imperialen Kräfte hat Prinz Scott die Tore zum Schloss Kaschion versiegelt, um das Sonnenfeuer zu schützen. Um das Siegel aufzuheben, wird Freyas Glocke benötigt. Okay. Niemand außer der königlichen Familie von Kaschion kennt den Aufbewahrungsort der Glocke. Prinz Gordon wird wissen, wo sich die Glocke befindet. Doch ich habe ihn schon länger nicht mehr zu Gesicht bekommen. Ich erinnere mich. Prinz Scott und Prinz Gordon erwähnten die Glocke. Nur Mitglieder der königlichen Familie können mit ihrer Stimme die Tore und Türen des Schlosses öffnen. Doch die Glocke soll dieselbe Wirkung haben meines Wissens. Äh, ist sie tief unten in der Schneehöhle versteckt. Es wird nicht einfach sein, sie zu finden. Beabsichtigt ihr dennoch, sie zu suchen? Wenn Prinz Gordon nicht verschollen wäre, dann müsstet ihr euch nicht in solche Gefahren begeben. Josef kennt das Schneeland wie seine Wüsten-Westentasche. Ihr solltet ihn aufsuchen, bevor ihr eure Reise in die Kälte... Okay, ja. Wirklich. Da ist wirklich das kleine Stück des Puzzles, was mir gefehlt hatte, war halt wirklich der König. Jetzt müssen wir zu Josef. Und jetzt kriegen wir den Hinweis. Äh, jetzt können wir wahrscheinlich ihn wegen einem Splitten ansprechen gleich. Naja, ich habe halt ein Stück übersprungen quasi. Dadurch konnte das da nicht getriggert werden, richtig? Ja, wir können gleich Schlitten fahren. Ich liebe Schlitten fahren. Das Schlimmste an Schlitten fahren ist halt nur, dass man den Berg immer wieder hochlaufen muss. Im Schnee, voll bekleidet, mit Klamotten. Und dann diesen Schlitten noch in der Hand. Und sich dann diesen Hügel, diesen Berg wieder hochzwingen, nur um dann eine 30-sekündige Fahrt zu haben. Aber diese 30 Sekunden sind die besten 30 Sekunden. Das Schlimmste am Schlitten fahren ist der Winter. Das ist eines der besten Sachen des Winters, aber halt nicht hier jedenfalls, nicht bei mir. Da müsste man ja irgendwo hinfahren, irgendwie Winterberg oder so. Danke für die Rettung meiner Tochter, wenn es sie nicht gegeben wäre. Prüfen. Fräher ist locker. Oh, meinen Segelschlitten werdet ihr auf dem halben Weg zur Höhle erfroren sein. Was? Mein Segelschlitten habe ich in den Erzminen-Semit versteckt. Der blaue Stein wird euch als Orientierungszeichen dienen. Rechts von dem Stein gibt es einen versteckten Zugang, durch den ihr einen Geheimraum erreicht. Da ich euch bei der Sache mit dem Mitril meine Hilfe nicht anbieten konnte, will ich es diesmal tun und euch begleiten. Okay. Joseph! It's on the start, Alter. Kämpft er auch mit? Alter, der Joseph! Hat Glatze, Bingo! Ist das ein Mönch? Äh. Ich glaube, der kämpft wirklich unbewaffnet. Ja. Das ist ein Monk. Der kämpft mit seinen Fäusten. Und Bart. Doppel Bingo. Immerhin kann man im Winter Schlitten fahren, im Sommer nicht. Im Sommer kannst du das theoretisch machen. Du kannst in jeder Jahreszeit theoretisch Schlitten fahren. Brauchst nur eine schöne, feuchte Wiese. Der hat ja quasi zwei Waffen. Ja, er dual wieldet seine Fäuste. Der Protagonist muss Beinmuskeln haben. Das stimmt. Er verzichtet auch auf das Luftschiff. Nur noch am Laufen. Er schlägt die Wand jetzt auf mit seinen Fäusten. Oje. Als Joseph den Stein dreht, erscheint ein schmaler Durchgang. Mein Segelschlitten ist hier drin. Okay, wir können jetzt in den Schnee. Kommt Joseph mit? Ich dachte, hier ist noch ein Dungeon oder so. Aber nee. Jo, ciao, Paul. Damals als Kind, als die Eltern mit dieser Shit-Wasserrutsche den Garten ankamen. So reich waren wir nie. Wir hatten keinen eigenen Garten. Aber ich wollte auch schon, als Kind wollte ich immer auf diesen, diesen, diese, diese langen, diese, wie weiß ich, diese Plastikdinge, die man so auslegt. Und dann, wenn die mit Wasser befeuchtet und dann holt man Anlauf und springt so drauf und dann rutscht man. Die wollte ich immer als Kind auch probieren. Was ein geiler Schlitten. Beide, aber hier, kämpfen wir wieder an. Die sind so scheiße, ja. Ich kam nie in den Genuss. Die Fäuste. Pop, pop. Alter. 86 Damage mit seinen bloßen Fäusten. Was ne Maschine. Du spürst alles, was drunter ist. Oh, true. Daran hab ich gar nicht gedacht. Aber stimmt, wenn unten irgendwelche Steinchen drunter sind oder so? Das stimmt, das muss ja dann mies wehtun. Ja, dann bleib ich doch lieber bei der Rutsche im Schwimmbad. Ich war super selten im Schwimmbad. Als Kind war ich recht oft. Ich wünschte, ich würde wieder öfters gehen. Aber das will ich ja. Wenn ich mir ein Fahrrad geholt hab. Dann Montags Schwimmtag, Chat, okay? Nein, ich kann nicht bei Renderkursen mitmachen. Einfach so mit nem Fahrrad hindüsen. So ein paar Runden drehen und dann ab nach Hause. Einfach geil. Eis zapfen einfach als Gegner. So, Schneehülle. Let's go. Ist der Goldsauce-Minigame-Song aus dem Spiel kommt? Ja. Ich warte nur auf den Stream, wo du ankommst und man dir ansieht, dass es dich mit dem Fahrrad hingelassen hat. Ich bin Fahrrad-Main. Ich bin auf dem Fahrrad geboren. Leute, ich bin gestern mit Leiter hochgeklettert. Ohne dabei hinzufallen. Also jetzt nicht nur mal Leiter hoch, sondern halt balanciert. Runter und hochgeklettert, ohne sie anzulehnen und ohne sie aufzubauen, okay? Das ist Balance-Profi. Ich kippe dich vom Fahrrad um. Droht den Schädel. Sein Fahrrad wird einen Platten bekommen und er wird es nie heile machen. Doch, klar. Ich habe eine Technikerausbildung. Handwerka-Ausbildung. Und ich habe Spaß an handwerklichem Kram. Ihr unterschätzt mich ja mal. Ihr tut immer so, als wäre ich so ein richtiger tollpatschiger Trottel, der zwei linke Hände hat. Der nicht mal geradeaus gehen kann und dann fällt er um, weil er den ganzen Tag nur vorm PC sitzt. Taka, dankeschön für 55 Monate. Ja, ich kann gehen. Ja, ich kann sogar rückwärts gehen. Leute, Stream fällt aus, bin mit einem Fahrrad gefallen. Nee, also nach einem Fahrradfahrenfall kann ich theoretisch ja immer noch streamen, oder? Ja, wenn ich auch, wenn ich mir was breche, kann ich ja trotzdem immer noch streamen. Also wenn ich mir, also auch jetzt nicht Fahrrad fahren, aber wenn ich mir irgendwie in meinem Leben was breche jetzt oder so, dann muss ich ja trotzdem weiter streamen. Dann werde ich ja auch weiter streamen. Einarmiges Gaming. Ja, ich muss ja nicht unbedingt irgendwas, ähm, ne? Ich muss ja nicht unbedingt was Anstrengendes spielen. In Final Fantasy kannst du auch mit einer Hand spielen. Da müssen wir halt ein bisschen mehr Frauentausch gucken, ein bisschen mehr Rosinen gucken. Und Spiele spielen, die halt nicht so viel Skill benötigen. Ich werde dann Handy-Game-Streamer. Und dann brauche ich nur einen Finger. Ein bisschen Brawlstar. Polarwind! Was ist denn Polarwind? Ein Stein, der einen magischen Schneesturm entstehen lässt. Oh, was ist eigentlich Knoblauch? Eine Pflanze, deren Zwiebel untoten Schaden zufügt. Oh. Ja, ich kleime dann in Brawlstar. Ich meine, momentan... Wäre ja nur Minecraft doof, ne? Aber Minecraft hat doch so viele, äh, Accessibilities. Da kannst du doch bestimmt auch schon Minecraft mit einer Hand easy spielen, ne? Und ich hab Tanzmatte-Chat. Ich kann theoretisch dann, äh, einen Teil der Tastatur mit meinen Füßen bedienen. Hehehe. E-Bike oder wirklich Fahrrad? Motorrad hole ich mir. Ja, stimmt, Isaac. Okay, ja, Isaac. Schwierig. Ja, Isaac haben wir ja ein festes, festes Format hier. Das wäre schwierig. Ja, muss Isaac, muss dann halt Pause machen. Kampf-Ax habe ich schon. Ich hatte das Gefühl, wenn du anfängst, Fahrrad zu fahren, wirst du im Stream heucheln, weil du so außer Atem bist. Heucheln? Ich werde ja nicht vor dem Stream Fahrrad fahren. Ich werde ja dann wahrscheinlich eher so an Tagen wie so einem Montag vielleicht irgendwie Fahrradfahren schwimmen gehen. Oder einem Mittwoch, wo ich dann öfters mal später anfange oder so. Ich werde dann nicht fünf Minuten vor Stream Start einen dreistündigen, äh, dreistündigen irgendwie so 50 Kilometer Marathon fahren. Äh, Heilung wäre not bad, ne? Nice. Schön Bieter leveln. Hat kein Mana mehr. Das wäre so eine Kegi-Aktion, not gonna lie. Was wäre eine Kegi-Aktion? Dass ich beim Fahrradfahren erschöpft bin? Miese Kegi-Aktion einfach. Nutzt du Novita außerhalb des Kampfes? Ja, momentan schon. Kriege ich hier im Kampf mehr Erfahrungspunkte oder was? Mitrierkeule? Na, habe ich ja schon. Wegen MP. Was? Aber im Kampf verbrauche ich doch auch MP. Oder was meinst du? Nee, fünf Minuten vor dem Stream mit dem Fahrrad nach Hause kommen. Ach so, oh nee. Ach so, man levelt MP. Ah, ich habe an MP-Leveln gar nicht gedacht. Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Ja, das ergibt Sinn, wieso Doppelton immer noch so wenig Mana hat. Als ob sich das außerhalb des Kampfes gar nicht levelt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Fünf Minuten vor dem Stream mit dem Fahrrad nach Hause kommen. Nee, ich bin eher so ein Typ, ich will vorm Stream am besten so wenig Kram machen wie möglich, was mich erschöpft, weil ich dann im Stream Vollgas geben möchte. Ich würde dann nicht im Stream so halb erschöpft hier rumsitzen und so müde sein und so. Das hasse ich. Deshalb vom Stream wird so wenig bewegt wie möglich. Ja, ich würde so wenigstens sehen, wie möglich. Ja, drei Stunden TikTok im Bett gucken und dann aufstehen und am PC gehen. Und dann kommt der Stream. Das ist mein Leben. Genauso. Nach dem Stream auch. Ich mach den Stream aus, ich steh gar nicht hier auf, ich guck direkt TikTok. Und dann geh ich irgendwann schlafen. Ich mach nichts anderes. Nur TikTok schauen und streamen. Ich ess nicht mal. Das ist der Plans, Midi. Hoffen, du strampelst von Jason zu dir. Nee, nee, das ist zu weit weg. Das ist zu weit weg. Wie lange braucht man mit dem Fahrrad so 40 Kilometer? Das dauert ja viel zu lange. Hört auf mit TikTok, macht ne dumm. Nee, guckt alle TikTok. Guckt alle TikTok. Dann können wir zusammen mit mir über TikTok reden. Struggle gerade etwas am Ende von Teil 4, weil dich abfuckt oder weil zu schwer? Ich bin schon dumm. Bin schon dumm. Stark. Dumm plus dumm gleich schlau. Ich glaube an dem Punkt können wir wieder die random Encounter ausmachen. Ich bin schon ziemlich stark. Eisgrimoire. Mit Riel Speer. Wenn du 20 kmh fährst, dann schaffst du 40 Kilometer in zwei Stunden. Ja, ich fahre ja keine 20 kmh. Bin ich, äh, Renraldo oder was? Keine Ahnung. Hast du schon mit dem April-Video angefangen? Ja. Mit einem von beiden. Das zweite noch nicht. Morgen wird mies malo. Mit Riel Schild. Das ist neu. Kann er dual wielden? Er kann dual wielden. Kann er dual wielden? Nee, das macht alles nur meinen Damage schwächer. Aber das Ausweichen... Okay, weird, wieso ich zwei Waffen tragen kann. Nicht, ich mach mehr Damage dann. Moment, wir probieren mal dual wield aus. Was passiert jetzt? Jo, er greift aber zweimal an. Einmal mit Schwert, einmal mit Speer. So kann ich ja dann mehrere Waffentypen lernen. Hier. Kampfhakt, let's go. Auch dual wield. Jetzt wird nur noch gedual wieldet. Scheiß auf Schild. Aber Schild ist eigentlich stark. Eigentlich ist Schild schon stark. Ich hab schon viel Shit geblockt eigentlich. Spär ist halt noch schwach, weil es noch nicht so trainiert hat, das Spär. Aber das wird gleich stärker. Jetzt hier doppelt und jetzt noch Axt. Bäm. Ich hab das Gefühl, das lohnt sich nicht so. Ja, wenn die Gegner schnell tot sind, dann brauch ich auch keine, ähm, ähm, brauch ich auch kein, äh, kein, äh, kein Damage tanken, ne? Eigentlich smart. Glas kennen halt, ne? Und Smashy, dankeschön für 22 Monate. Und Smashy, dankeschön für 22 Monate. Eine Falle! Na, ich muss demnächst mit Firion ein bisschen, ähm, Spells im Kampf benutzen. Der ist paralysiert! Und damit Firion auch ein bisschen Mana bekommt. Ja, ich hab Eta, aber Eta ist recht teuer. Antikschwert! Und ich will eher, äh, Eta, solange es noch so teuer ist, eher aufbewahren. Warte, swappen kurz. Und der kann jetzt, äh, 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 ich bin zu dumm. Und der kann jetzt Doppel-Mitrilschwert nehmen. Nee, kann er nicht, ich bin dumm. Äh, der Mönch heißt Josef. Ich hab halt nicht so viel Eta und Eta ist halt recht teuer. Deshalb will ich Eta eigentlich hauptsächlich für, äh, Likoris verwenden. Wer seid ihr denn? Riesenbiber! Gwa! Gwa! Gwa, gau, wawa! Verstehe seine, verstehe seine Sprache. Der Rattenkönig. Der Rattenkönig kann sie verstehen. Junge, das erste Mal, dass er redet. Das ist sein zweiter Dialogbox, glaub ich, bisher, oder? Die erste Dialogbox hat er ja, nachdem sie besiegt wurden. Und, äh, Doppelton kam an und hat gesagt, wo ist die Bota? Und dann hat Red King was gesagt. Und seitdem hält er seine Schnauze. Mit dem Charm sie mies geguckt, ja. Wawa, gau, wawa! Äh, Freya's Glocke? In rechte Wand, ein Geheimgang. Monster schützt Glocke, Glocke in Wand. Wieso sehe ich den Alert nicht? Wo ist der Alert hin? Wieso sehe ich den nicht? Ist weg. Hä, Doppelt-Alert? Hä, Dashgerade hat einfach doppelt? Ah, da ist er, ja, ja, jetzt war er da. Hä, Dashgerade, wieso hörst du auf? Wieso hörst du auf? Und hallo, Dashgerade, was geht ab? Red King ist jemand mit wenig Worten, ja. Aber ich dachte, du willst, willst du dann nicht das, äh, heute um 18 Uhr streamen, wenn wir zum Ende gehen? Kommst du überhaupt mit? So, hier sind wir richtig. Ich streame dir nicht mehr. Aber du bist dann trotzdem dabei, oder? Okay. Ja, dann kriegt ihr hier gleich auch noch Minecraft-Action. Wenn ihr nicht genug Minecraft bei Dashgerade habt, dann kriegt ihr heute auch noch Minecraft-Action. Die machen alle Kamikaze! Lol, alle verfehlt. Äh, das war kein Mithrilherz, was du meinst, das war Adamantit. Also ja, ich hatte das Excalibur gehabt, ja. Das war so für 5 Minuten relevant und dann habe ich das Masamuna gefunden. Das war stärker. Ich vergesse mal zu heilen, scheiße. So, jetzt. Ey, jetzt habe ich keinen Mana mehr. Und hallo, Gedott! Ja, ich kann hier auch automatische Kämpfe machen. Ich brauche Eta. Eta, Peteta. Das sind 20 Mana. Das ist nicht viel. Jo, zum Glück habe ich gerade Mana geheilt. Hier wird mies reingeböllert. Und hallo, Icarus! Was ist der Glatzkopf? Äh, Josef! Josef, der Mönch! Da ist schon die Glocke und da ist irgendein Schildkrötenmonster. Für den brauchen wir auf jeden Fall Mana. Der wird jetzt wahrscheinlich physisch mies alles weg tanken. Josefs Fäuste sind richtig gefährlich. Das sind eigentlich gar keine Fäuste, das sind zwei Bomben. Hey, Duwild ist ja viel zu stark. Bis zu einem Punkt-Chat, wo dann Gegner kommen, die dann richtig, richtig viel Damage machen. Oder so ein Boss, der irgendwie super viel Damage macht. Und dann willst du da eigentlich ein Schild haben und mein Schild ist nicht gelevelt. Und dann werde ich weinen. Silberhanisch, davon habe ich schon vier Stück. Perfekt. Hat das eigentlich Josef an? Josef hat das nicht an. Ja, dann kann Josef das auch noch bekommen. So, ähm, dann lass mich doch mal kurz ein paar Potions raushauen. Nochmal ein Äther raushauen. Ich denke mal, ein Äther sollte reichen. 35 Mana sollte an sich reichen für den Kampf. Schnell speichern. Und let's go. Wo ist das Kampf? Dicke, fette Schildkröte. Der Wächter der Glocke. Adamantai Mai. Tai Mai. Nehmt euch in Acht. Das ist auch ein Gegner, der sehr oft in der Reihe vorkommt. Der kommt auch sehr oft vor. Äh, ja, was, wie stehst du zu Blitz? Ah, er steht auf jeden Fall nicht so gut zu Fäusten. Wuchtschaden ist bestimmt seine Schwäche. Ah, Blitz ist nicht so stark. Ui, Chili! Feuer? Feuer ist schon mal besser. Ich denke mal, Eis ist es nicht, ne? Weil ja, das ist eine Schneehöhle. Die anderen machen halt absolut gar kein Damage, ne? Das ist crazy, wie, äh, wie einfach schon der zweite Boss, das ist jetzt das zweite Boss eigentlich im Spiel, ne? Und beide Bosse bisher sind komplett komplett fast immun gegen physische Angriffe. Crazy. Ich hab Mario PG nicht gespielt. Das war's. Ja, vorhin war's halt ein Schwarzritter oder so. Ne, ein Schwarzritter, so ein schwarzer Soldat. Und jetzt so eine Schildkröte. Etwas ist in der Felswand, die Freya-Glocke. Kommt auf die Spirazisierung der Waffe an. Ja, äh, wie es aussieht, bringt Axt nichts, Schwert nix, Sperr nix. Ich hab noch einen Bogen. Fäuste bringen was. Oh, ich bin wieder hier. Okay. Nee, Mario PG juckt mich nicht. Den kennen wir doch. Das ist Borgon, oder wie der hieß. Dreck, ihr habt euch also die Freya-Glocke geholt. Wegen euch niederem Gesindel bin ich beim Imperator in Ungnade gefallen. Diesen zweiten Lapsus wird der Imperator nicht mehr tolerieren. Lapsus also, aha. Zu Hause wartet der sichere Tod auf mich, doch vorher seid ihr an der Reihe zu büßen. Der will kämpfen. Jo, wie der aussieht. Wie der aussieht. Ein richtiger Schurke ist er. Jo, geh weg, gelöscht in den Jungen. Hm. Napoleon als Riese. Und jetzt Chat. Das meinte ich vorhin, was ich nicht gespoilert haben wollte hier im Chat. Hehe, ich bin ohnehin dem Tode geweiht, doch glaubt ja nicht, dass ihr gewonnen hättet. Vorsorglich wie ich bin, habe ich eine kleine Falle für euch angebracht. Betrachtet sie als mein Abschiedsgeschenk. Hehe, wir werden uns bald wiedersehen, in der Höhle. Diese miese Ratte. Oh nee, ich habe was verwechselt. Los, verschwindet. Du, mitkommen. Meine Kräfte verlassen mich. Geht. Viel Glück, Freunde. Verzeih mir Neli. Josef. Scheiße. Ich hatte das am Anfang, Chat, als ich gesagt habe, oh, ich weiß noch, was mit den Charakteren passiert. Und dann habe ich gesagt, nicht spoilern aber bitte. Ich hatte irgendwie eine Erinnerung gehabt, dass Red King hier sterben wird. Aber das war Josef. Josef stirbt hier. Ja. Ja. Tja, Josef war ein guter, ne? Auch wenn er uns am Anfang nicht geglaubt hat. Auch wenn er uns am Anfang misstraut hat. Aber der hat eine schöne Glatze gehabt. Bingo! So, wir gehen kurz schlafen. Kommt jetzt Moin zurück ins Team? Ich glaube nicht. Ich glaube, Moin muss die Leute versorgen. Ich glaube, es wird langsam Zeit, dass die Boote mal ins Team kommen, ne? Ja, dafür haben wir jetzt einen schicken Schlitten. Die Glatze ist gestorben und wir haben einen geilen Schlitten. Und niemand wird diesen Schlitten zurückverlangen. Ballatro gezockt? Nö. Keine Ahnung, was das ist. Ist das so ein Deez-Nuts-Joke? Ist das jetzt? Ba... Das ist bestimmt so ein Deez-Nuts-Joke, oder? Ach, dieses Poker-Roguelike. Ah, nee, kein Bock. Also, sah schon ganz lustig aus, aber ich hab keinen Bock auf Roguelikes. Äh, nee, warte, blau nicht hier. Äh, nee, halt um direkt. Hier. Als das liebliche Läuten der Glocke erklingt, entriegelt sich lautlos die Tür. Nice. Ja, das hat, hat einen kleinen Hype gehabt, oder hat immer noch, weiß ich nicht, aber, ja, ich hab absolut gar keinen Bock momentan drauf. Da ist ja Gordon, Leute! Der versteckt sich hier drin! Ich bin zurückgekehrt, um das Sonnenfeuer zu holen. Wer außer mir hätte sonst das Siegel aufheben können? Die Egil-Fackel muss irgendwo im Schloss sein, doch es wimmelt nur so von Monstern. Alleine traute ich mich nicht hinein, doch mit leeren Händen nach Altea zurück wollte ich nicht. Ich war verzweifelt. Dann begleiten wir dich. Du wirst dich hier besser auskennen als wir. Da haben wir unseren vierten Begleiter-Chat. Danke. Das Schloss birgt viele Geheimnisse, die mir nicht anvertraut wurden. Doch ich werde an eurer Seite kämpfen. Okay, was kann der? Gordon ist zur Gruppe zugestoßen. Keinen Sibota, nee, wir kriegen keinen Sibota. Sibota Endgame. Ja, Isaac ist natürlich auch ein Roguelike, aber Isaac ist halt unter anderem der Gründe, wieso ich momentan keinen Bock habe. Oh, das ist ein Hübschling. Der ist ziemlich ausgeglichen. Der ist einfach alles ziemlich ausgeglichen. Hat der Magie? Magie hat er keine. Was benutzt er denn so für eine Waffe? Ein Speer benutzt er mit einem Schild. Ich habe ein Schild für dich, Brudi. Nee, wir spielen heute nicht durch. Und Siddix, Dankeschön für den Prime Sub. Vielen Dank. Ich werde heute nicht mehr kommen. Doch, doch. Wir werden den Final Fantasy 2 streamen heute damit, dass wir Sibota treffen werden. Ach ja, war der Gegner wieder an, ne? Also ich würde am liebsten auch durchballern heute, aber wir müssen gleich Minecraft spielen. Wir müssen Minecraft spielen. Äh. Äh, Minecraft. Ich sollte mal bei ihr ein anderes Element trainieren. Ich spamm die ganze Zeit Feuer, ne? Das ist eine sogenannte, ne. Ich wollte sagen Sackgasse, aber nicht. Ich muss hier runter. Ich hasse diese Verpflichtungen. Ja, scheiß Verpflichtungen. Der macht ja gar keinen Damage mit seinem scheiß Speer. Ja gut, seine Waffenfähigkeit ist gerade auf 2. Während bei den anderen schon irgendwie auf 4 oder 5 ist oder so. Ne Ogre! Die Ogre hier haben wenigstens was an. Der hat seinen Speer. Der macht ja gar keinen Damage, ne? Morgi, stream doch Minecraft, das reicht. Macht er dann gleich, spielt er dann gleichzeitig mein Account auch mit? Er spielt einfach Minecraft mit meinem Account und mit seinem gleichzeitig. Fertig. Vorschlag, welches aktuelle FF ich spielen soll. Final Fantasy 2 mit mir zusammen. Let's go. Schild. Eis kommt bei denen gar nicht gut. Also machen wir nochmal Eis, ne? Yo! Lycoris hat eine sicke Brille gerade gehabt. Oh, diese Brille bleibt permanent. Jetzt guckt euch diese coole Brille an. Yo! Oh, es geht. Das ist eine schnelle Brille. Wie wär's mit Blitz? Habt ihr Bock auf Blitze? Äh, die Blitze bedeut... Äh, die Blitze. Die Brille bedeutet, dass sie blind ist. Ist halt so eine blinden Brille. Weil sie geblendet wurde. Und jetzt sieht sie nichts mehr. Aber haut trotzdem gut rein. Mit ihrer Keule. Ich glaub, bei dem bringt halt nur wirklich Feuer was. Ich wollte eigentlich die anderen Elemente jetzt leveln, aber... Die haben eine Resistenz gegen, glaub ich, Eis und Blitz. Ja, das Ding ist, äh, hier gibt's ja nicht nur daneben schlagen oder treffen, sondern es gibt ja auch noch, wie viel du triffst. Du siehst ja immer, wenn die schlagen stehen, immer so Hitzahlen. Und blind macht hier nicht, dass du jetzt alles verfehlst, äh, sondern dass du einfach nur weniger triffst. Dass du dann anstelle von vier Treffern jetzt nur noch vielleicht maximal zwei machen kannst oder so. Joa, wer seid ihr denn? Joa, wer seid ihr denn? Red Kings Untertanen. Oh, ihr hattet jetzt lila Gift. Das ist bestimmt das permanente Gift, oder? Medica? Verfehlt. Oder muss ich hier Medikus benutzen? Ja, Medikus hat, äh, Glicores. Und Minyu. Äh, Magic. Was ist denn die Flasche? Ach, die Flasche ist das Gift. Nee, Moment, hab ich ihm das auch gegeben? Ich hab ihm beides gegeben. Medica und Medikus. Boah, blub, 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 blub. Verfehlt auch? Sollte er aber Medica sein. Okay, dann kann das einfach daneben gehen, oder wie? Okay, ich hab hier die Brille weggezaubert, aber nicht das Gift. Goldschild. Goldschild. Ui. Goldschild für den goldigen Jungen. Stimmt, sind du jetzt drei Leute schon vergiftet? Dicke. Was sind diese Ritme? Okay, der Boss von ihm kommt jetzt als normaler Gegner. Was für verfehlt? Was für verfehlt? Fick dich doch! Was soll das? Was soll das? Fick dich doch! Wut soll das? Ich glaube Medica kann das nicht heilen, kann das sein? Kurierzustandsveränderungen doch hier temporäre ich hatte richtig gelegen mit permanent wäre das andere ja vielleicht liegt wirklich daran dass es stufe 1 ist das ist super super dumm ja wie soll ich denn fucking Medica leveln wenn es nicht funktioniert Arschloch oh das war ein ziemlich beschissener heal scheiße ist halt kein minion ne so das war's ja dann müssen wir wohl mit dem gegengift ran ne ja ich weiß nicht ob kann das steigt das dann level das dann trotzdem auch wenn es die ganze verfehlt hat laut google müsste das mit medikus heilbar sein also das toxin nicht gift boah er einfach random boss gegner medica ist aufgelevelt ja hat trotzdem funktioniert äh magie medica ist jetzt auf stufe 2 ja junge 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 was hat das denn ist die beschreibung der der skills dann falsch wenn jetzt laut wiki medikus man braucht haki mit g5 haki mit g5 achso oooohh nicht nochmal kein toxin bitte ich halte das lila gift bei mir mit medica ja laut beschreibung des spells müsste ja es auch medica eigentlich sein aber der komisch an der route move von gestern chidori der 1000 vögel das sind viele wege die ich gehen kann holy shit die türen sind wahrscheinlich alle so Sackgassentüren okay das sind normale landkröte die ist okay die ist nicht so tanky du 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 Medica war entweder Debuff außerhalb von Kämpfen oder das Heilen von Buffs auf Gegnern. Medicus wäre dann das Heilen von Debuffs. Nein, es gibt eine Heilung für temporäre Zustandsveränderungen und für normale Zustandsveränderungen. Miese Sau geflohen. Richtige Ratte. Adamantamai war der Ratheilers und das ist hier Ratian. Ah, okay. Nicht eher Azurathalos? Ja, sagen wir ehrlich, die anderen Räume sind doch hier alle leer, ne? Ja, und Toxin ist, äh, Toxin ist nicht temporär. Also müsst ihr da Medica hin. Toxin ist permanent. Hey! Ich fliehe. Das ist mir zu doof. Einfach in dem Dungeon kommen nur noch Bosse. Hab auf dem englischen Wiki geschaut. In der englischen Version heißt das grüne Gift Venom. Dachte dann, äh, falsch. Okay. Okay, dann hast du falsch geschaut. Dann haben wir das Rätsel ja jetzt gelöst, ne? Okay, da kommt jetzt ein Bosskampf? Weil das ist jetzt das Ende. Oh, da krieg ich jetzt das einfach so geschenkt. Stimm-Kit. Könnte ich mal versuchen. Ob das hier auch geht? Ich speichere mal. Feuer. So. Eine Falle! Wer hätte das gedacht? Ja, die sind ja easy. Mino und Ballon. Ballon! Oh, die jagen sich jetzt alle in die Luft. Und killen mich. Okay, die halten auf jeden Fall was aus. Ah, Kamikaze Stufe 5. Oh, Junge, 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 Junge. Big Damajus. Damajus. Kamikaze Stufe 5. Ey, alles auf der Bild. Schreckt Red King ein Bein nach hinten beim Victory Dance? Das sieht eher so aus, dass wir irgendwie den Bauch nach vorne halten und dann seine Hand hochheben. Oh nein, Dr. Vlad. Goldrüstung. Moment, das ist nicht das, was ich gesucht habe. Wer da liegt. Das ist nicht das, was ich gesucht habe. Sehe ich das jetzt richtig? Der Einzige, der Engel hat und wiederbeleben kann, ist der Tote? Stark. Stark. Und ich habe keine Phönix-Feder dabei? Sehe ich das richtig? Stark. Ah, da ist noch eine Treppe. Das heißt, ich muss, wenn gleich ein Bosskampf kommt, muss ich nur mit drei Charakteren? Da ist ein Bomber. Ja, müssen wir wohl mit drei Charakteren spielen, wa? Es hieß, dass die Egil-Fackel von Monstern bewacht wird, von Blutgeistern. Ich saß die ganze Zeit auf meinen Beinen, jetzt ist es eingeschlafen. Oh, ich weiß, woran mich das Lied erinnert. Das ist gar nicht Final Fantasy. Mich erinnert das die ganze Zeit an Ouroboros aus Legend of Heroes. Das Ouroboros. Das Ouroboros-Theme. Oh, mein Bein. So. So. Blutgeist. Ist doch kein Bomber, sah aus wie ein Bomber. Ähm. Was hältst du von Eis? Ich hoffe, der... Okay, ich kann physischen Damage machen. Nee, ich rede über Legend of Heroes. Okay, er sieht ziemlich feurig aus, aber man heilt ihn mit Eis. Dann mach ich jetzt Feuer. Okay, alle Magiearten heilen ihn. Das heißt, der einzige, der Damage jetzt hier macht, ist Red King, weil Doppelton tot ist. Er macht jetzt auch kein Damage mehr. Gerade hat er noch Damage gemacht. Stufe 8. Okay. Hm. Vielleicht... Vielleicht ist das ein Untoter. Nee. Ich meine, ich kann auch Blitz probieren. Vielleicht ist es wirklich Blitz. Oder er saugt halt wirklich jede Magie ein. Nee. Okay. Ja, ich denke mal. Ich sollte neu laden. Und dann komme ich nochmal mit einer Phönix-Feder. Oder was heißt Phönix-Feder? Generell mit einem lebenden Doppelton. Schon mit mir. Aber klappt schon leider. Wir haben ihn gleich. 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 Ja, sie wurde halt in One-Hitted. Hier bist es natürlich ganz schön. Ja, du hast Fluchtsaal hier im Spiel. Oh, guter Hit. Minecraft quits vor 6. Er macht halt auch kaum Damage. Oh, jetzt hat er Damage gemacht. Wie er aber auch nicht mehr irgendwie seinen Blitzangriff oder sein Toxikum macht. Als hätte er eigentlich nur 2 Mana gehabt oder so. Das ist so ein Low-Kampf, ja. Aber es klappt. Gefühlt bisher jeder Bosskampf genauso. Da ist die Fackel, wuhu. Jetzt können wir die Flamme weitertragen. Und dann können wir endlich den Zerstörer zerstören. Ich hatte doch ein Beam-Grimoire, ne? Jetzt gehen wir mal Red King. Zeitlich werden spätere Final-Fantasy-Teile sicherlich spaßig. Ja, ich denke nicht, dass ich für Final Fantasy 12 98 Stunden brauchen werde. Und das, was Heidi sagt. So ein 102, ja. Wir wollen nach... Moment, ich bin ja eigentlich schon da unten richtig bei Kai-Shiyun. Ich habe die Flamme nicht mitgenommen. Ich muss die Flamme doch erstmal mitnehmen, ne? Also ich weiß nicht, ob ich sie mitnehmen muss oder die Fackel schon brennt. Aber ich sollte, glaube ich, erst zum Feuer. So. Das Sonnenfeuer auf die Egil-Zwagel übertragen. Nice. Jetzt können wir... ...das Schiff in die Luft jagen. Oh. Sid holt uns ab. Scheiße, das ist nicht nur Sid. Ich wollte noch kurz in die Stadt und schlafen. Er hat Sid mitgenommen. Junge. Ja, die neueren Teile haben auch Charme. Aber ja, je neuer es wird, desto weniger verliert das halt diesen Stil. So einen eigenen Stil. Und wird halt immer mehr und mehr realistischer halt, ne? Und dann verliert das halt diesen, diesen... Ich meine, die Fein-Fansy-1-Teile sehen auch noch sehr charmant aus und besonders. Aber dann wird es halt ein bisschen immer schwieriger. Ähm. Tja. Ich würde sagen, wir gehen wieder in die Anfangsstadt und fragen mal, ne? Ob jemand ein fliegendes Schiff gesehen hat, was ein anderes fliegendes Schiff trägt. Wurde ja gesagt, keine Remakes. Aber was ist mit Remastered für 12? Ja. Ist ja kein Remake, ne? Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Vielleicht werden wir heute wirklich noch Zibota retten, Chet. Vielleicht werden wir ihn heute doch noch retten. Vielleicht wird Zibota noch seinen kleinen Auftritt haben. Hm, 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 hm. Zibota, komm heim! so die Königin ist weg, äh Prinzessin ist weg Prinzessin Hilda konnte nicht mehr mit ansehen wie ihr euch ständig in Gefahr begebt um für das Woll ihres Volkes zu kämpfen wenigstens die Heimreise wollte sie euch erleichtern auf Knien flehe ich euch an rettet meinen Kleinod, rettet meine Hilda also ist sie jetzt nach Finn gelaufen? sie wird im Zerstörer festgehalten ah dann denke ich mal ist er jetzt in Finn nein ich bin aus Versehen reingelaufen das wollte ich nicht der ist auch nicht hier wo sind die mit dem verdammten Zerstörer schon wieder hingeflogen? hab ich ich hab diesmal mit allen wichtigen geredet sie bot er ist einer der Truhe auf jeden Fall wenn sie eins hä? ja stimmt ich könnte vielleicht nochmal nach Zerstörer fragen nochmal Minu nach Zerstörer fragen das hab ich nicht getan vielleicht weiß er wo der hin ist das war der Teil wo du gegoogelt hast? ein Luftschiff von dieser Größe bedeutet ein Stützpunkt um Vorräte aufzufüllen ein Stützpunkt okay der redet gar nicht mehr beim König kann ich nichts prüfen lass mich mal kurz gucken ich bin halt noch nicht nach also kann sein dass jetzt der Zeitpunkt kommt dass ich nach Süden laufen muss und dass da irgendwie eine Stadt ist oder er ist halt wieder in Dingens in Barfusk vielleicht ist er wieder in Barfusk ansonsten I don't know ich mein ich bin grad doch an allen Städten vorbei ne Barfusk ist er doch auch nicht ich mein wir sind hier raus aus äh Cuichon oder wie das heißt sind wir raus und das Schiff ist nach Westen geflogen vielleicht ist das der Hinweis und das Schiff ist irgendwo hier oder so und Clashy Dankeschön für 43 Monate aber hier waren schon recht starke Gegner ne ich kann halt nicht ins Wasser zu den kleinen äh zu dem zu der zu der Insel und da ist eben ein Turm zu sehen da ist kein Schiff ne so weit unten wird es hier nicht sein ne ich hab keine Fönix Federn und stimmt apropos Fönix Federn äh in dem Teil reicht das ja nicht schlafen zu gehen ich muss ja noch äh zur Kirche gehen Dörpelt ist immer noch tot einfach abgelegt aber ich hätte mir mal ne kurze Pause ich muss dringend auf Toilette und äh Katzen kriegen langsam was zu essen die Katzen wieder äh Bett 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 Schlafi 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 So ich geh kurz pinkeln füttere die Katzen und dann bin ich wieder da ok was geht ab habt ihr schon alle gegoogelt und können mir jetzt sagen wo das Schiff ist damit äh weil der Dörpeltin hat schon ziemlich ziemlich äh Muskelkater in seinen Beinen und möchte nicht mehr so viel hin und her laufen ja wer ist denn der Süße na Mäuschen ja äh oben links auf der Karte also doch in den Westen sind die geflogen also es ist was doch oben Westen oben Westen einfach naja das heißt oben Westen ok ok ist aber sehr weit im Westen ich glaube ich bin schon zu weit geh weiter jetzt komm ich ja unten rechts raus wieder ja oben rechts raus jetzt komm ich unten rechts raus Junge wie weit ja wie kacke ist das denn versteckt ist ja richtig mies ok rein let's go Bowsers Bowsers Luftschiff halt wer seid ihr äh wir haben einen Pass wir dürfen hier sein verzeiht willkommen an Bord naja oh Zeit für die Ablösung meine Herren meine Damen ich darf mich entschuldigen hier gibt's sogar Kämpfe hier ist alles voller Zombies was ist das denn für ein Schiff so sind hier Zombies ok da ist ja mega der scheiß Arbeitsplatz hier ja ich mein äh der Imperator hat ja ähm seine domestizierten Monster und so hieß es ja aber wieso greifen die mich an ich habe doch einen Pass ich bin einer von denen ok wir brauchen erst einen Schlüssel wie es aussieht ach so siehst du nach einer 10 Stunden Schicht aus ein Eisengitter das Verlies ist leer ok wie die grinsen jedes Mal ey warte die äh die Mine ist gefährlich ich mache jetzt die Mine weg echt böses Lachen richtig böses Lachen ja ich weiß nicht ob ich meine ach du Scheiße oh ich dachte ich dachte die wollen jetzt mit mir kämpfen die standen echt bedrohlich ähm kann es sein dass vielleicht ich bei den Bossen immer so wenig Schaden mache weil wirklich einfach ich mittlerweile ein ziemlich hoch gesetztes Cap habe und es einfach nicht erreiche das ist komisch ist normale Gegner schlitze ich so easy weg ne aber Bosse mache ich dann immer null Schaden außer mit der Magierin das ist ich weiß nicht also kennt sich jemand mit dem Spiel so gut aus dass er weiß was für ein Cap ab dem Zeitpunkt in der Story normalerweise ist Doug Doppelton hat halt gerade ne es müsste 6 sein es geht nicht höher als 6 oder er ist gerade zufällig genau auf 6 gekommen Doppelton hat eine 6 auf sein Schwert sie hat 5 und ist auch leer der Balken als würde es nicht weiter hoch gehen da er hat auch sein Schwert auf 6 und seine Axt auf 6 die können ja gar nicht stärker werden mit den Waffen das ist ja schon das Maximum dann machen halt trotzdem nur null Schaden Junge die Hexen hinten ja die blauen Ritter vorne die waren auch mal Boss Gegner das war der erste Boss Kampf verfehlt scheiße Toxikum so wenig Damage ey ich glaube ich sollte lieber Feuer reinballern ja ok ich glaube ich sollte Feuer reinballern man macht auch nicht so viel Damage sogar meine Magierin macht nicht so viel Damage blind alle blind bringt zwar nicht viel aber hey die sind nicht blind die sind cool Berserker ok die sind weg die sind halt echt tanky aber wie gesagt sind die auch Boss Gegner gewesen vor 1-2 Stunden ähm ja ich kann jetzt eigentlich Medikus ballern verfehlt Junge ach komm schon ja sie ist tot wow komm blind blind ist jetzt nicht so ein komplexer Zauber dass man den jetzt nicht entzaubern kann komm schon aber dadurch hat sie jetzt ihren blinden Status weg oh daneben ach stimmt blind ist permanent du hast recht ich bin dumm ich bin dumm true ok ja es hat geklappt ich bin dumm ja die haben sehr viel Leben wie gesagt das sind ja Bosse wieder nächste Stufe Speerschild ok ich hab ich hab ganz viel Zeug bekommen ich hab neue Spells bekommen Berserker Grimoire lehrt den Zauberspruch Berserker der die Attacke steigert Lähmung wirkt das ist geil ähm geb ich das Döppel? das wird immer daneben gehen oder? oder? meinst du Red King soll ich das lieber geben? er hat halt nur 10 Mana ok gut der kann's halt leveln wenn ich will den Berserker spam ja an sich ist er dafür der ist ja wirklich der ist doch der Berserker hier die scheiß Ratten Gang so hier Berserker boom jetzt geht's ab verfehlt 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 ne ach scheiß der eine hat immer noch ne Brille und jetzt sind die auch noch gelähmt kann Döppel denn eigentlich irgendwas ja Damage machen ja perfekt jetzt lehnt noch den anderen Perfekt jetzt sind alle gelähmt ok sie ist wieder da stimmt das sind ja gar keine Wehrratten mehr das sind jetzt auf einmal Narko-Ratten was zum fixen Narko-Ratten ah natürlich Narkose deshalb leben die mich ne ah smart smart ähm ja ja das ist aber leer ich dachte da ist yo Wehrpanther die sehen aus wie die ersten Curls es gibt ja später in Final Fantasy solche Katzen mit diesen langen Schnurzha- äh Schnauzhaaren die immer so Blitzmagie machen und so und die heißen Curls ja oder im Englischen im Deutschen heißt sie Quals Qual da sind die ersten von denen hier heißen die noch Wehrpanther guter Schlag hat gerade mit Medica blind und Toxin geheilt Maschine ja hier kriege ich auch immer gut aufs Maul Mann in dieser fliegenden Festung hier in dem Zerstörer was für drei Damage ein kritischer der ist jetzt aber tot oder und das nächste Gift hey aber ich kann ein bisschen Medica leveln ich glaube schau mal was Berserker schon drauf oder kann man hier auch Buffs stacken muss muss ein Wehrpanther zum Wehrdienst ich hoffe ich meine er ist gerade beim Wehrdienst wir sind ja gerade auf dem Schiff vom Imperator der Krieg führt und das sind seine Soldaten quasi also ja die sind gerade auf dem Todesstern ja was genau macht Berserker äh steigert den Damage hieß es laut Text das aus FF1 dass du deine Gruppe selbst zusammenstellen kannst oder wie hier so feste Chars ist beides ganz nett auf seine Art und Weise ich meine hier kannst du zwar nicht bestimmen welche welche Klassen die haben aber du kriegst ja so das ist ja später so normal bei Final Fantasy dass du ja nicht mehr so direkt dir gesagt wird das ist jetzt ein Schwarzmagier das ist jetzt ein Weißmagier das ist jetzt ein Dark Knight oder sowas sondern die Charaktere sind das ja dann irgendwo trotzdem haben die diese Klassen werden die aber nicht gesagt und dadurch dass du ja dann meistens in Final Fantasy Spielen mehrere Charaktere hast spielst du ja quasi auch verschiedene Klassen also das Klassensystem ist ja trotzdem noch irgendwo irgendwie da so okay da war gar nichts aber gut wir müssen da ganz unten rechts wahrscheinlich flangen ne irgendwie hab ich das Gefühl Sibota ist Doppeltons Vater wir zerstören den Todesstern retten Sibota vor der dunklen Seite und verbrennen Sibota der keine Lebensenergie mehr hat im Chokobo Wald wieso spoilerst du alles Wieso machen die alle blind und Lähmung? Ich hab bei dir immer noch kein Ding jetzt gekauft, ne? Kein, ähm... Geil, ne? Fönyxvedern! Hehehehe! Ich tätowier den Phönixstirn auf die Stirn. Ja, brauchen wir nicht. Ich hab Engel, alles gut. Solange unser Boy, der G, Doppelt nicht stirbt, ist alles gut. Und wenn's brenzlig wird, mach ich ein Beam und dann bin ich hier weg. Ja, ich denk mal, das soll nicht ne Sonnenbrille darstellen, sondern, äh, diese Brillen, die fast blinde Menschen immer tragen. Ich weiß nicht, was genau die Brillen bringen bei den Leuten, aber die tragen die immer. Es ist keine Brille, um dich vor der Sonne zu schützen, I guess. Das ist wieder ne Wehrrate, keine Narko-Ratte. Ein Hinterhalt, bitte nicht, bitte nicht blind, bitte nicht blind, bitte nicht blind. Ohhhh, bitte auch nicht das! Aber gleich mal vor ein FFX-16 der 15 mit einer Sonnenbrille würde ich fühlen. Die würde ihm passen. Ich glaub, der könnte die Sonnenbrille gut rocken. Also ich würde gerne auch andere Elemente leveln, aber Feuer ballert halt echt mies rein hier weil die ganze Zeit so Untote kommen und ich glaube deren Schwäche ist halt Feuer Bisher gab es noch keine Versteinerung Da hinten sind vier Kisten Das sind vier Fallen, oder? Ach du Scheiße Ein Hinterhalter auch noch Ein Hill Gigas Ach du Scheiße Okay, niemand tot Sehr gut Äh, Feuer Wir müssen den Magier da weg machen Der ist ätzend Der ist weg Blinde bevorzugen die Sonnenbrille da sie eine gewisse Barriere zur Umgebung aufbaut und das anfangs weit verbreitete Gefühl reduziert angestarrt zu werden Bei manchen Blinden sehen die Augen nicht sehr attraktiv aus und es ist angenehmer für die Umgebung wenn diese Person Sonnenbrille trägt Oh Ich dachte das hat irgendwas damit zu tun, weil die Brille irgendwie hilft Wow Weil Blinde sind ja in der Regel nicht hundertprozentig blind Ich kann ja trotzdem mal noch ein bisschen was sehen Man Hill Gigas nicht Höhlengiganten Nee Ah, falsch gehalten So Okay Ich glaube sie braucht einen Äther Wie viele Äther habe ich noch? Zwei Stück Ich weiß nicht, ob das reicht für den Dungeon Kann sein, dass wir gleich fliehen müssen Ah Nicht Narko-Ratten wieder Äh Äh Er haut daneben der Trottel Okay Bitte keinen Narko- Sie lag aber für fünf Sekunden auf dem Boden Angenehmer für ihre Umgebung Als ob sie sich dafür schämen müssen Ja schämen nicht Aber wie du ja schon geschrieben hattest Dass sie sich dann äh Beobachtet fühlen Und das ist ja Man möchte ja nicht unbedingt immer beobachtet werden Ne Angestarrt werden Du willst ja auch Einfach deine scheiß Ruhe haben Also dementsprechend ist das ja dann irgendwo irgendwie Ah, Kamikaze Verfehlt Irgendwo ist das dann natürlich irgendwie angenehmer für dich Äh, ne Diese Kokterizes Diese Vögel haben wir noch nicht gesehen Boah Chat, ich hab keine Phönix-Feder dabei Der Boy wurde weggebombt Ich kann hier gar keinen Beam benutzen Aber ich kann schon raus, oder? Aber ich kann schon raus, oder? Können blindes fühlen oder hören, wenn sie angeschaut werden? Wie gesagt Blinde sind nicht in der Regel alle hundertprozentig blind Und erkennen nichts So Man kann zum Glück immer noch raus erkennen Dann gehen wir mal kurz in die City Holen uns ein paar Phönix-Feder Ich mein, ich hab mittlerweile doch genug Geld Kann mir eigentlich genug Federn kaufen Und auch wenn die hundertprozentig nichts sehen Wieso willst du dann trotzdem angesteh... Also dann ist das trotzdem ja unangenehm Wenn ich dir jetzt sage In deiner Wohnung sind 50 Kameras Aber du siehst sie nicht Und ich beobachte dich Würdest du dich doch auch trotzdem unwohl fühlen Obwohl du nirgendwo siehst Dass jemand dich grad anstarrt Erst Kirche Bisher ständig er immer nur stirbt Wie er immer nur zur Kirche gebraucht werden muss Okay, gut, er gibt Sinn Er ist der einzige, der wiederbeleben kann So, Phönix-Federn Ganz viele Zwei Ich kann schon mal Vorsorge Auf Vorsorge einkaufen Übertreiben nicht, okay Junge, er legst hier einfach 50.000 Ich kann noch ein paar Potions kaufen Eter Eter, 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 Eter So, jetzt sind wir bereit Wir haben schon 17 Uhr 17 Scheiße Ich hab keinen Bock Ich hab keinen Bock auf Minecraft Lass mal Nein, ich hab Ich hab jetzt schon Das zweite Mal versprochen Dass wir Minecraft machen Ich kann nicht wieder eine Enttäuschung sein Keiner zwingt dich zu Minecraft Doch, ich zwing mich zu Minecraft Ich war nicht schlafen Wir haben Marathon Sonntag Ja, ich weiß Aber wir haben heute auch Event Tag Sonntag Und Dienstag kann ich bei Keinen coolen Events mitmachen Auf dem Server Weil da Passiert halt nichts Dienstags Und der Server existiert nur bis August Und der Marathon Ist vermutlich länger als August Meine Freundin ist schon Hyped auf Minecraft Die macht sich sogar Endlich mal einen Twitch-Account Statt meinen zu benutzen Seht ihr, Chat? Wirst eh wieder gegrieft Ab jetzt wird zurück gegrieft Wir machen keine Abstimmung Ich bin gerade nicht in einem Punkt Wo ich mich nicht entscheiden kann Sondern Wir machen gleich Minecraft So, jetzt Ja, ich werde August werde ich noch Bei FF4 sein August werde ich wahrscheinlich Noch bei FF2 sein Aber für dich geht ja auch Final Fantasy 1200 Stunden lang So, jetzt können wir die Kisten looten Da sind alles fallen, oder? Trident Wie in Minecraft Das sind Sperren Für unseren Sperrboy Stilett Was ist ein Stilett, Chat? Ach, ein Dolch Jo, der ist ja voll stark Wieso ist er so stark? Holy shit Eine Fall Kann man die auch ausrüsten? Äh Äh Ähm Jetzt fängt mal Feuer Und Ähm Die anderen beiden Auf dem Magier sollte reichen, ne? Ich glaube, das reicht schon Ja, das reicht schon für den Magier Boah, der Crit Hat jetzt schon 600 Leben Der Boy, der G Ja, FF2 ist sehr nice Boah, 230 Scheiße, die ist tot, wenn er sie nochmal angreift Jungs Jungs, kann bitte irgendjemand Damage machen Außer Lycoris Ja, 413 Was sind diese Gigase? Gigase? Tot Boah Es ist die einzige, die gerade Damage macht Der lebt immer noch Bei dem einfach 96 Alter, 47 Alter, 47 Gehen doch höher als 6 Die gehen doch um einiges höher als 6 Okay Vielleicht bin ich ja wirklich einfach nur krass unterlevelt Frostschild Resistent gegen Feuer Okay Ähm Riesenhelm Passt da überhaupt irgendjemand? Bestimmt passt der Red King, oder? Der wird wahrscheinlich allen passen, ne? Ich gebe mal den Helm ihm Je mehr Verteidigung er hat Desto besser, weil er kann ja Engel, ne? Der passt allen 4 gleichzeitig Ich meine, ich habe jetzt Phoenix-Feder Und an sich ist das jetzt scheißegal, aber Ich habe das Gefühl, irgendwie kriegt der sehr oft aufs Maul Zum Glück nur Wehr-Ratte Narko-Ratten sind schlimmer Juhu Kordon macht Damage Mit dem Trident auf einmal Boah, die hasse ich Boah, die Wenn die explodieren, machen die halt so viel Damage, ne? Ich hätte Berserker vielleicht machen sollen Juhu hat hier one-hitted Was ist denn mit dem Trident los? Ist Speer deren Schwäche, oder was? Oder war das Omega-Krit? Chat, kann man in dem Teil Buffs stacken? Geht das in dem Teil? Weiß das einer? Jou, was ist das mit dem Trident los? Einfach mal ganz anderer Mensch geworden Wow Keine Ahnung, okay Vielleicht für den Bosskampf Vielleicht muss ich Berserker spammen Damit ich dann überhaupt Damage mache beim Boss Aber das scheint hier noch ein bisschen größer zu sein Ähm Ich würde das eigentlich schon echt gerne noch schaffen Bevor wir sie zu Minecraft wechseln Deshalb mache ich mal Zufallskämpfe aus Oh, muss ich jetzt die Ritter bekämpfen? Ich kann die nicht wegschieben, ne? Oh ja, ich muss die jetzt bekämpfen Das sind aber nicht die Schwarzen Das ist nur ein Herrführer Die sind easy Die können gar nichts Okay, die sind sehr tanky Scheiße Ja, okay Die können doch was Ne, doch Die Grünen waren die Schlimmen Nicht die Schwarzen Die Schwarzen Der Schwarze war ja der Bosskampf Der ist machbar Die muss man nicht bekämpfen Digi, gib mir doch mal 5 Sekunden Zeit Auf das Spiel zu reagieren Bevor du mir die Scheiße rauspoilerst Gib mir doch wenigstens 5 Sekunden Zeit Ich bin drin im Kampf Und du schreibst direkt Man muss sie nicht bekämpfen Chill doch Bitte Holy Shit Aber ist machbar Ja, Waffe jetzt auf 7 Ja, die spawnen gar nicht weg Aber ich muss sie ja nicht besiegen Holy Shit, ey Ja, Backseat Gaming ist ja alles Schön und fein Ich bin jetzt Nicht so Nicht so Mega dagegen Wenn jemand mir irgendeinen Tipp geben möchte Oder so Aber Digi Ich bin grad in den Kampf reingegangen Ich hab noch nicht mal einen Angriff gemacht Und lest schon direkt im Chat Du musst die nicht machen Digga So, ich glaub wir sind angekommen Junge, der sieht schon sick aus hier So Das ist die Schwachstelle vom Sternzerstörer Wir sind jetzt Luke Skywalker Der Antrieb des Zerstörers War es nicht irgendwie in Star Wars Auch irgendwie der Antrieb oder so? Wir müssen ihn zerstören Nein, zuerst müssen wir Prinzessin Hilda befreien Ach du Scheiße Wo ist die Alde? Wo ist denn die Alde? Ja, welch mit ihr, ne? Wir müssen doch Prinzessin Lea mitnehmen Ich glaub auch einen Energiekerne Das heißt irgendwo, wo ich eine Tür stehen gelassen hab Weil ich mir dachte, der ist wahrscheinlich eh nur fake Da ist sie dann irgendwo Ich mein, wir haben ganz am Anfang noch Das grüne Gitter Das was zu war Aber ich hab Ich hab, mein ich, keinen Schlüssel gefunden, oder? Aber da war auch nur eine Kiste drin Äh, genau Hier oben Da war ich noch nicht Hier ist sie wahrscheinlich, ne? Ja Hier ist sie auch noch recht groß Junge, das Schiff ist halt wirklich riesig Schattenbogen Ja, wir haben keinen Bogenspieler Spieler Da ist sie Diebeshandschuhe Da ist sie Gefängniskitter geöffnet Doppelton Schon wieder musstet ihr euch in Gefahr begeben Dabei wollte ich euch etwas Gutes tun Das ist Sid Sind ja mir Senta Sentimina Sentimentalitäten Können wir später austauschen Ich werde mit der Prinzessin mein Luftschiff ausfindig machen Ihr sprengt den Kahn hier in die Luft, klar Und beeilt euch Sonst bleibt ihr hier Okay Sentimentalitäten Sentimentalität Und dann einfach davor Sentimentalität Ja, easy Nein, natürlich kenne ich das Wort Aber man Ich benutze das jetzt nicht so oft Sentimental Ja, aber Sentimentalität Das ist nicht unbedingt ein Wort, was ich oft benutze Das rollt noch nicht so gut über die Zunge Jo gut Ich darf gar nicht mehr raus Da steht jetzt einer Da vor der Tür Der Schwarzritter ist da Ab dem Punkt kann man nicht mehr fliehen Jetzt wieder das geile Labyrinth Aber bei den Gegnern kann man die bestimmt auch ganz gut grinden Die gehen bestimmt Okay, es gibt ja keine Erfahrungspunkte Ja, ist egal Aber die haben bestimmt Ein hohes Gegnerlevel Weshalb man bei denen bestimmt auch ganz gut die Waffen hochstacken kann Weil wenn ich jetzt zu Level 1 Gegnern gehe Dann kann ich ja meine Waffen dort nicht so gut stacken Stacken vor allem Skillen So Okay Let's go, Chad Jagen wir mal das Ding in die Luft Für Sie, Booter In einem hohen Bogen fliegt das Sonnenfeuer in den Antrieb Das ist der Schwarzritter Dunkle Ritter Was habt ihr getan? Der Antrieb Diese Stimme Beil dich, Lycores Hier fliegt gleich alles in die Luft Wir müssen zu Sid Äh, wieso haben die die Stimme gerade angemerkt? Ist das Ist das gleich Sie, Booter? Heili Sass Nee, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher Ich kann mich an die Story nicht mehr erinnern Ich kann mich an die Story nicht mehr erinnern Aber ich meine, wird passen Weil der war auch So Schwarzritter-mäßig gekleidet Er ist komischerweise weg Am Schluss bin ich wirklich der Endpost Nee, der Endpost glaube ich nicht Der Endpost muss auf jeden Fall Imperator sein Aber Vielleicht kommst du nicht mehr ins Team als vierter Charakter Zerstörer, Zerstörer Oha Die ist immer noch nicht hier Wo ist die alle hin? Bei Papa? Gordon, Minu und Deppelten Ich habe eine letzte Bitte an euch Hört auf Oh, er stirbt Wegen dem Pfeil in seinem Arsch Gordon, ein prächtiger Mann ist aus dir geworden Du hast das Zeug zu einem starken Gefehlshaber Führe mein Heer an Und stehe Hilder zur Seite Unter Einsatz meines Lebens, mein König Minu, du kennst die Legende Über den mächtigen Zauber Dessen Bann aufgehoben werden soll Wenn die Welt vor ihrem Untergang steht Ist es nicht an der Zeit Das Bannsiegel aufzuheben? Das ist es, mein König Das Bannsiegel soll gebrochen werden Doppelten Reist nach Dist Zum Schloss der Drachenritter Sie sollen von den Truppen des Imperators Völlig ausgerottet worden sein Doch der Orden der Drachenritter War mehr als nur ein einfacher Ritterorden Die Ritter und Paladine waren von edlem Geblüht Stolz und Ehrenhaft Es muss noch Überlebende geben Wir brauchen ihre Kraft Und die Kraft ihrer Drachen Oh shit Mit vereinten Kräften Ist uns der Sieg sicher Meine Tochter Hilda Sie ist noch unerfahren Kümmert euch um sie Nein Nein Wie hieß der überhaupt? Hat der überhaupt einen Namen? Der hieß König, ne? Majestät Sie ist vor und auch Es ist die falsche Zeit Um Tränen zu vergießen Chat Chat Reißt euch zusammen Wir können auch nicht weinen Wir haben noch einen Krieg zu gewinnen Ihr habt jetzt die Worte des Königs vernommen Es ist unsere Pflicht Und unsere Bestimmung Die letzten Befehle des Königs auszuführen Ich denke wir werden jetzt wieder Gordon verlieren Und dann wird jetzt Minu unser Vierter Gefährter sein Er sitzt da jetzt Es ist die falsche Zeit Um Tränen zu vergießen Ihr habt die Worte des Königs vernommen Hoi Zocker ist einfach da Er wurde zu Sternenstaub Hallo Raids Was geht ab? Wieso haben wir heute Doppel-Alerts? Vorhin das Dash Geraidet hat auch doppelt Aber nur Raid-Alerts Nicht Sub-Alerts Die sind nicht doppelt Dafür gab es gestern keine Ja gut Wo ist die Prinzessin eigentlich? Ist sie im Luftschiff? Die Prinzessin wird unsere vierte Kameradin sein Oder so Das Luftschiff ist weg Aber ja Ich denke mal hier an dem Punkt können wir eigentlich Haben wir eigentlich einen ganz guten Cut Weil wir haben den Zerstörer zerstört Ne wir haben Sibota nicht Aber ich habe das Gefühl Sibota Will uns auch gar nicht Ich glaube Sibota will uns auch gar nicht Aber wo sind die Oder sind die wieder zu dem einen Hafen rüber gesegelt? Mit dem Schiff Das will ich nochmal kurz schauen Ich hatte irgendwie eine Erinnerung Dass man den Imperator schon viel viel früher trifft Korsaren Ihr wollt nach Dist? Da habt ihr aber echtes Glück Mein Schiff wollte gerade Anker lichten Um nach dorthin aufzubrechen Wollt ihr mitkommen? Doppelton Mir gefällt das nicht Uns bleibt wohl nichts anderes übrig Ein anderes Schiff das uns nach Dist bringt Haben wir nicht Ich bin Layla Ich warte draußen vor der Stadt Also beeilt euch Piraten? Piraten? Statt Sibota verstehe ich immer Sibota Ich kann nicht aufhören Aber ich will auch Minecraft spielen Kann ich nicht mich irgendwie zwiespalten Und zwei Dinge gleichzeitig machen? Lass die Dämonen raus Das ist doch eine Falle, oder? Weil die gerade haben das so angemerkt Ja, wow Selbst schuld, wenn ihr so leichtgläubig seid Lasst eure Wertgegenstände hier Und ich lasse euch am Leben Tja, Chat Wie es hier weitergeht Was Layla plant Das werden wir dann wohl nächste Woche herausfinden Und nicht mehr heute, Chat Und ich weiß noch nicht på Und ich weiß noch nicht